Herzlich willkommen beim Eintracht Frankfurt Podcast Ausgabe Nr. 341. Mein Name ist René, außerdem heute mit dabei das verschnupfte Mastermind Marvin. Gute, hi. Und der Schamane Basti. Das war so klar, er lässt sich wunderbar dadurch trinkern. Gute und grüße. Das rennt dir die ganze Zeit jetzt im Ohr rum, das ist fürchterlich. Das ist Wahnsinn, das ist echt nicht so leicht loszuwerden. Ernsthaft nicht, ernsthaft nicht. So, wir wollen heute reden über Fußball, der gespielt wurde von der Eintracht gegen andere Mannschaften. Wir wollen sprechen über Fußball, der am kommenden Wochenende hoffentlich gegen Hoffenheim gespielt wird. Wir haben Dummschwätzer, wir haben eine gute Tat der Woche, wir haben Empfehlungen und der vielen mehr. Und ich würde sagen, wir gehen ganz, ganz chrono Dingens hier chronologisch das Ding durch und müssen natürlich reden über das Euroleague-Spiel am vergangenen Donnerstag zu Hause gegen Donetsk. Donetsk, Basti, du warst ja so ein bisschen, können wir da irgendwas reißen? Aber ich glaube so am Ende, wenn man jetzt mal nur auf das Endergebnis guckt, ohne den Spielverlauf. Solide, oder? Das hat alles eigentlich drin gehabt, warum ich überhaupt zu Eintracht gehe und warum ich es so sehr liebe und diese Stadt und diesen Feind. Also das war derart geil. Also wenn man mal wirklich, wir werden ja später noch drauf kommen, wenn man mal den Vorlauf so komplett ignoriert, nur auf dieses Spiel guckt, dann ist die Eintracht echt gut reingekommen. Du hast natürlich gesehen, Donetsk ist stark, wie wir es erwartet haben, aber die Eintracht, die war einigermaßen gut drin. Dann spätestens mit dem Elfmeter ist die Stimmung auch krass, noch mal krasser geworden, als sie sowieso schon war am Anfang. Und ja, das erprägendste, was ich von diesem Spiel noch im Kopf habe, ist so diese Schlussphase. Also du machst dieses Anschlusstrefferfeld, der irgendwie dann auch irgendwie sich angedeutet hatte. Und dann gab es ja diese Minuten danach, wo die zweimal die Latte treffen und selbst nach dem zweiten Latte-Treffer noch weiter gedrückt haben und du gedacht hast, oh, 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 das geht nicht gut, dieses Spiel entscheidet sich jetzt gleich in die eine oder andere Richtung, weil wenn Donetsk den Ausgleich gemacht hätte, meiner Meinung nach, wäre die Eintracht eingebrochen. Also ich glaube, dass dieser Sturmlauf, wenn der belohnt worden wäre von Donetsk, das wäre eng geworden. Aber dann kommt für mich die Szene des Spiels, dieser Zweikampf von Indika, wie der eiskalt mit seinen 19 Jahren den Ball ganz normal im Strafraum fair abluchst, weiterleitet und Kostic war es, glaube ich, der dann den Ball vorangetrieben hat, auf Haller spielt und der macht dann so ein Fjordhoff-Ding. Ich habe wirklich gedacht, ich stand neben Stefan Reich in der Kurve und wir haben uns kurz angeguckt, haben uns Fjordhoff ins Gesicht gebrüllt und haben, ja, wahrscheinlich angefangen zu heulen, ich erinnere mich fast gar nicht mehr und dann war es alles nur noch Jubel, wo ich mir mein Bein verletzt habe und alles. Also das war für mich die Szene des Spiels, dieser Sturmlauf mit dem Konter, der dann angeschlossen ist, das war derart magisch, das trägt man, glaube ich, noch lange, lange mit sich, gerade nach dem, was dann nach dem Spiel auch passiert ist mit diesem im Herzen von Europa nach Abpfiff, das ist schon, ja, das treibt einem immer noch die Tränen in die Augen. Kann ich, kann ich nur, wir, ähm, widersprechen, wollte ich schon sagen, kann ich nur bestätigen. Ja, ich muss halt echt sagen, ich habe auch anscheinend ja wesentlich weniger Bedenken gehabt, also während des Spiels, als irgendwie meine Kollegen links und rechts neben mir, als ich gemerkt habe, dass die Eintritt einfach ganz gut im Flow ist und auch die Zuschauerringe so monumental eigentlich alles gegeben haben an diesem Tag und du hast wirklich das Gefühl gehabt, okay, der Stadion bebt, nicht brennt, sondern es bebt, ja, vielleicht ist das nicht verboten, so was zu sagen. Ja, wie Seismologen klingen gleich beim Abend. Ja, auf jeden Fall, es wird gleich angerufen und da habe ich, ähm, ich habe gleich ein extrem gutes, wirklich ein super gutes Gefühl gehabt und, ähm, als ich dann gesehen habe, dass zur rechten Zeit die Grätschen ausgepackt wurden, dass ein Sebastian Rode plötzlich wieder da war, ein Abraham war plötzlich wieder da, die, von denen ich eigentlich bei beiden gedacht habe, okay, weiß nicht, ob die wirklich auftreten, ob die wirklich fit sind, aber die waren da auf den Punkt und ich habe echt das Gefühl gehabt, krass, hier können wir einen eigentlich Champions-League-Kandidaten wirklich zum Teil, ja, mehr als Parolo geben. Ja, genau, muss man ja auch dazu sagen, du hast ja gerade schon angesprochen, Rode war ja so ein bisschen Wackelkandidat, da war man nicht so ganz sicher und Abraham auch, aber beide, ähm, in der Startelf, äh, damit eine veränderte Abwehr und Hasebe wieder so ein bisschen, ja, vor der Abwehr, hinter dem Mittelfeld, war jetzt auch wieder mal so ein bisschen eine taktische Umstellung von dem Trainer, aber hat ja dann auch alles in allem mehr als gut funktioniert. Hat extrem gut funktioniert, muss man sagen, ja. Müssen wir sagen, wir haben es ja bei Fußball 2000 mit Hinteräger auch schon angesprochen, also dass Hinteräger es schafft, dass der Trainer nochmals sein System umstellt und der Trainer, das zeichnet ihn auch aus, der reagiert auch da drauf, der reagiert wirklich auf das Material, was er hat, also am Anfang der Saison hat er probiert, die Viererkette zu spielen. Hasebe war ja dann teilweise gar nicht im Kader so. Man hat gemerkt, hm, das funktioniert nicht so, der hat auf diese Fünferkette umgestellt, ist auch erst mal dabei geblieben, ist jetzt immer noch dabei geblieben, aber eine ganz andere Statik. Also Hinteräger interpretiert diese Position ja ganz anders als Hasebe. Das heißt, du hast eigentlich drei Innenverteidiger da stehen. Und die Statik des Spiels ändert sich nochmal und so ein bisschen bringt er auch dadurch einen neuen Impuls rein. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und nochmal, auch wenn es wirklich jetzt einen Bas hat, aber die Verpflichtung von Hinteräger, das ist brutal wichtig. Dieser Typ hat sowohl kämpferisch als auch, glaube ich, irgendwie habe ich das Gefühl, auch mental bringt er was in diese Gruppe rein. Weil das irgendwie überträgt sich ja selbst auf die Ränge. Also selbst die Fans feiern ihn ja krass. Und das, glaube ich, dass er das auch in die Mannschaft so ein bisschen bringt. Das sind Kleinigkeiten immer, aber die dann in der Summe wirklich dafür sorgen, dass wir diese Zeit, wo wir uns hier auch nicht sicher waren, was ist das jetzt, wir spielen ständig einen Unentschieden, aber wir spielen eigentlich gegen gute Teams, aber dann spielen wir an gewissen Stellen nicht so gut. Wir wussten es ja gar nicht einzuordnen. Und du hast jetzt mit diesem Spiel wirklich ähnlich, ich vergleiche es ein bisschen mit Marseille, du hast dann einfach diesen Turn reingekriegt, zu sagen, ey geil, wir stellen die Uhr wieder auf Euphorie und wir ziehen jetzt durch. Und sinnbildlich, da kommen wir später noch zu, ist für mich auch so ein bisschen Philipp Kostic, was der noch im Tank hat, ist Wahnsinn. Also dass es auch in dem Spiel hat, wie der diesen Konter noch fährt für Haller, da sind so viele Faktoren, da könnten wir für jeden Einzelnen fast eine eigene Sendung machen. Aber in der Summe finde ich gerade, was so momentan ist, richtig geil. Marvel hat es ja schon gesagt, diese monumentale Stimmung ist das, was ich am meisten irgendwie noch im Herzen trage, jetzt auch Tage nach dem Spiel. Ja. Das ist schon Wahnsinn einfach. Ja. Es hat halt auf so vielen Ebenen wunderbar gepasst, dass sich auch die Torschützen immer wieder so ein Stück weit abwechseln. Ja, ich meine, beim Spiel gegen Schachtel Donetsk hat Haller zweimal getroffen, Jovic einmal, Revic einmal. Haller hat dann ein paar Tage später über das Spiel, was wir gleich sprechen, werden halt nicht getroffen, ist aber trotzdem ehrgeizig. Der will in jeder Minute dieses Spiels, wenn möglich, wirklich Tore erzielen. Aber die gesamte Mannschaft, auch da kostet er super. Also da waren alle richtig geil drauf. Und der Dika, alter Verwalter, was ist denn da los? Der spielt seine erste Euroleague-Saison, ja, gegen einen Top-Gegner wie Schachtel Donetsk. Und, ey, haut da so ein Ding raus. Also da muss ich echt sagen, Chapeau, dass die wirklich an ihr Leistungsniveau gekommen sind und das auch in dieser Art und Weise einfach gezeigt haben. Ich freue mich einfach und ich finde es super genial, dass wir in der Runde weiter sind, gegen so einen extrem unangenehmen, scheißschwierigen Gegner, wo du halt nicht wirst, okay, das war nicht klar, dass du weiterkommst. Nee, das war auch an dem Tag nicht klar. Also dieses 4-1 hört sich auch deutlicher an, fand ich. Also du hast das Phasen im Spiel, wo du wirklich gemerkt hast, die sind sehr ballsicher, das sind richtige Schnicker. Also die haben das auch immer gut gemacht, die haben das Spiel derart breit gemacht, dass die Eintracht in dieses Pressing gar nicht so krass reingekommen ist an gewissen Stellen, weil die dann halt gesehen haben, okay, die sollte es zu, dann können wir aber mit unserer Technik, ja, meistens sogar nur einen Ballkontakt, das komplette Spiel auf die ganz andere Seite verlagern. Der andere Spieler holt den Ball runter und zack, musst du wieder rüberrennen. So ist ja dann im Endeffekt auch der Anschlusstreffer dann gefallen, als du dann einfach irgendwann die Lücke einfach drin warst. Das ist auch, glaube ich, einfach dann so. Dann machen die das Tor. Und dann war wirklich diese Situation, wo es hätte kippen können, aber auch da hat die Eintracht sich gewehrt. Und ich glaube, dass da trotzdem auch das Publikum eine Rolle spielt, weil das Publikum auch nicht, du hast es nicht gemerkt, dass auch eine Angst da ist, weil die Ränge das gar nicht zugelassen haben. Also es wurde trotzdem, ey, wie krass, wie auch ausgefiffen wurden, so laut habe ich das noch nie im Stadion gehabt. Und das wirkt sich wahrscheinlich trotzdem auch auf einen Gegner aus, der dann hört, oh Gott, hier ist so laut. Und wenn ich jetzt gleich den Ball verstolperre, rasten die aus, als wenn ein Tor gefallen ist und freuen sich über jeden Einwurf. Und ich glaube, dass gerade diese 3, 4, 5 Prozent Fans in so einem Spiel dann auch den Unterschied ausmachen können, dass Kostic dann eben nicht überlegt, kriege ich jetzt einen Krampf, nee, ich renne jetzt los. Halem macht diesen Übersteiger und ganz ehrlich, das ist auch die geilste Sau der Welt, wie der schießt dieses Tor und guckt einfach so, was geht ab, breitet die Arme aus. Geil. Also das ist, ich habe es, glaube ich, hier auch schon mal gesagt. Ey, ich feiere den so hart, ich würde ihn echt gerne anfassen. Der ist so geil, Alter. Grüße. Es ist so krass, dass ich einen Spieler, der nicht wirklich krass auf dem Radar war, bevor er zu Eintag gekommen ist. Das könnt ihr jetzt alle erzählen. Jetzt kommen die ganzen Experten und erzählen mir jetzt, ja, da habe ich schon vor 10 Jahren mir angeguckt, ein guter Mann und so weiter und so fort. Nee, vor 10 Jahren haben sie noch gesagt, die Mannschaften steigen ab wegen diesem Spieler. Fakt ist aber, dass du den erst mal sichten musst und dass der erst mal so einschlagen muss, wie er es auch in der ersten Saison schon zum Teil gemacht hat und jetzt noch mal gereift ist und du siehst ihm förmlich zu, wie er immer besser wird. Und ey, das ist ein Spieler, der hat so ein krankes Format. Das finde ich unfassbar. Und dass er es aber auf den Platz bringen kann, das ist, keine Ahnung, was soll ich zu diesem Spiel sagen? Ich kann, wir können das jetzt auseinander dividieren, aber wir finden nur, eigentlich nur positive Dinge. Das fängt an von, wie gesagt, von diesem unfassbaren Support, aber auch wie als, ja, keine Ahnung, das war wie, keine Ahnung, zweite Runde gegen Bayern München, ähm, DFB-Pokal, ja, wo du denkst, okay, wenn du die jetzt rauskegelst, hast du die Chance auf was ganz Großes, ja, und dann ist die Stimmung total am Kochen. Und jeder war bei jeder Szene dabei, das ist halt super, dass du denen wirklich auch keinen Raum lässt, dass die Spieler aber auch total pissig, aggressiv waren, Torwart angelaufen, die Innenverteidiger des Gegners angelaufen, es hat alles gestimmt an dem Tag und das war eine 1A-Leistung. Ja, das war ich auch, von der Mannschaft auch, du hast ja schon gemerkt, dass es ein besonderer Abend ist, aber, ähm, ja, ich glaube, ich glaube, wir haben aus dieser Europa-League-Saison, wir hatten einige blöde Sachen, auch gerade auswärts, aber ich glaube, bei den Heimspielen ist das perfekter gelaufen, als wir uns das hätten träumen können. Ganz ehrlich, wir hatten magische Nächte gegen Marseille, gegen Rom, gegen Limassol, jetzt gegen Donetsk und es folgt noch eins gegen Inter Bayern. Leute, ich glaube, mehr hätten wir nicht verlangen können, und ich finde auch krass, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, mich trägt das sogar durchs Privatleben unabhängig von Eintracht. Also ich merke, ich merke, wenn sowas passiert, dass ich auch einfach im Privatleben beschwingter bin und mir die Aufgaben, die mir der Alltag so stellt, viel leichter bewältigen kann. Also ich finde das irgendwie, ich finde das krass, weil das auch so eine Dynamik in den Freundeskreis bringt. Marvin warst jetzt auch dabei, wir haben ja jetzt wirklich auch die Sachen gebucht und wir treffen uns vor dem Spiel am Kiosk, wir treffen nach dem Spiel, wir treffen überall Leute. Also diese Dynamik kommt ja auch in einen Freundeskreis, und diese Vorfreude, alleine in den WhatsApp-Chats, die Marvin, ich und die anderen Jungs jeden Tag haben, die trägt sich ja auch durch den Alltag. Geil, wir haben das Hotel gebucht, geil, wir fliegen nach hinten, dann machst du einen Chat, dies, das. Das ist schon auch ein wichtiger Punkt im Leben, finde ich. Ich feiere das hart und ich freue mich so sehr, mit dieser ganzen Bande jetzt nach Meiland zu fliegen oder zu fahren sogar. Geil. Können wir auch gerade dabei bleiben, ist ja auch total cool zu sehen, wer der nächste Gegner ist, weil ich meine, das ist jetzt nicht so wirklich einfach hinter Meiland, aber es ist halt ein mega geil attraktives Los, oder? Es ist von der, von dem reinen Reiz wirklich mal, nicht irgendwie nur in einem Freundschaftsspiel irgendwie gegen Meiland zu spielen, sondern halt auch wirklich mal in einem für uns auf jeden Fall ernstzunehmenden Wettbewerb, ist das eine, eine, eigentlich von der, von der Fansäle her eins der besten Lose, was man sich irgendwie nur da hätte irgendwie wünschen können. Mit der Hoffnung, vielleicht nochmal irgendwie eine Runde zu haben, ohne sich jetzt irgendwie wirklich richtig strecken zu müssen, wären mir das ein oder andere fast lieber gewesen. Aber hey, wenn ausscheiden, dann lieber gegen so einen Gegner, als wenn du dann nachher hier von, ähm, was weiß ich, wen hatten wir da, Krasnodor oder irgendwas da mit so einem, mit so einem dämlichen Eckball-Stümper-Tor irgendwie rausfließt. Also dann lieber gegen Meiland mit geilen Spielen untergehen als sowas. Basti, wie war für dich das erste Gefühl mit dem Ergebnis, also mit dem Ergebnis, dass es hinter Meiland wird? Also die erste Freude war sehr, sehr groß. Das war, weil ich, ich muss sagen, ich bin es dann gar nicht mehr nach den Städten gegangen, ich bin dann nach den größten der Stadien gegangen. Es ging ja die einzige, einige Excel-Tabellen rum im WhatsApp-Chat, so wo drin stand, wer ist noch da, wo ist das und wie viele Plätze haben die? Ja. Und da war es halt hier mit 80.000 war es halt da. Ich habe halt natürlich erstmal ignoriert in meiner ersten Euphorie, dass wahrscheinlich nicht alle Leute eine Karte kriegen, die eine haben wollen, merkt man jetzt gerade, aber so, das war so das Ding. Das war für mich die perfekte Mischung, glaube ich einfach. So zu sagen, okay, das ist ein Name, wer hat sich das an Eintraff Frankfurt ging? Inter Mailand. Da spielen ja auch wirkliche Weltstars bei Inter Mailand. Dann hast du ein Stadion, was man schon kennt, seit man klein ist, also WM 90 dieses Stadion, da wurde nichts mehr getan, San Siro, das ist schon ein Ort, den kennt man schon lange, da haben einige legendäre Spiele stattgefunden, dass man da jetzt hinreisen kann, dann noch mit Eintraff, mit dieser geilen Truppe, mit diesen geilen Fans, die in dieser aktuellen Stimmung sind. Also für mich ist es ideal, ich hoffe halt, dass jetzt keine, dass es diesmal wirklich so ist, dass keine großartigen Störfeuer mehr dazwischen kommen. Ja, ich habe irgendwie auch gerade eigentlich gar nicht das Gefühl, dass da noch was kommt. Und ich bin da jetzt relativ optimistisch, vielleicht haben die auch selber nicht die Zeit, jetzt da großartig noch Störfeuer anzubringen oder so. Ja, bei den, obwohl du es natürlich bei den Italienern nie genau weißt. Ganz bei den italienischen Polizei, da haben wir schon ein paar Sachen miterlebt, die nicht wirklich geil waren, aber ich freue mich einfach erstmal, weil für mich das San Siro erstmal eine supergeile Nummer ist, dass wir zum ersten Mal auch mit einem Profi-Fußball da hinkommen und nicht nur zu einem Freundschaftsspiel, sondern zu einem Pflichtspiel, was Konsequenzen hat. Das ist doch mal eine richtig geile Nummer. Also Euroleague, ja, das ist nicht das, das ist eigentlich, das hört sich an wie Champions League gerade so, ne? Und ich bin da einfach so euphorisch. Ich hätte auch erst gedacht, na, okay, eigentlich hätte ich jetzt ganz gerne erstmal Relaxes losgenommen wie Startrennen oder so, obwohl die wahrscheinlich auch nicht so relaxed sind, aber wo du denkst, okay, da könntest du leichter weiterkommen. Aber auf der anderen Seite, ey, wenn wir die scheiß Europa League gewinnen wollen, dann muss halt jeder schlagbar sein. Habt ihr euch irgendwie in den letzten Wochen oder irgendwas mal Spiele von, rein zufällig Spiele von Inter irgendwie gesehen? Könnt ihr das bewerten? Weil der Tremo schreibt gerade im Chat, dass er in letzter Zeit sich so ein paar Spiele angeguckt hätte, zuletzt das Spiel gegen Florenz und die wären jetzt nicht unschlagbar. Ich meine, das ist wahrscheinlich keine Mannschaft, aber ja. Ja, aber es ist ja genau ein sehr wichtiger Punkt. Unschlagbar sind die auf gar keinen Fall. Also das ist, ohne dass wir jetzt hier zu viel, zu tief in die Materie gehen, weil ich auch nur Auszüge gesehen habe, aber du merkst, dass die schlagbar sind. Du merkst auch insbesondere, dass die ihre eigenen Probleme haben. Da sind ein paar Spieler unzufrieden. Trotzdem haben sie halt natürlich Qualität, wie Dadovic, ein super Torhüter ist, neugeladen, der ehemals belgischen Nationalspieler, ich weiß gar nicht, ob er überhaupt noch für die belgische Nationalmannschaft spielt. Ich glaube, das macht er gar nicht mehr. Nee, der spielt nicht mehr in der Nationalmannschaft. Genau, da ist ja dann, war doch die Sache, dass er dann auch irgendwie gemeint hat, er spielt zwar nicht mehr dafür, aber er drückt den alle Daumen oder so war das. Genau, Perisic ist auch ein super Fußballer, den kennen wir noch aus der Bundesliga und da gibt es noch ein paar andere. Der sind schon gute Fußballer, aber andererseits, liebe Leute, wenn wir einen guten Start zu Hause bekommen, ist natürlich immer was möglich, weil die Mannschaft, die wir haben, die ist nicht so schlecht. Genau, wir spielen, das Hinspiel ist zu Hause am 7. März 1833, also schon nächst Woche. Ja, und das könnte uns natürlich so ein bisschen da in die, in die sprichwörtlichen Karten spielen, da dann das Ding halt erst mal zu setzen. Ich, mein großer Wunsch wäre, zu null oder maximal ein Tor zu kassieren, wegen dieser blöden Auswärts-Tor-Regel. Da möglichst wenig irgendwie zuzulassen. Aber es wird auf jeden Fall, ja, es wird auf jeden Fall ein geiler Fußballabend. Ich glaube, dem ist nichts entgegenzusetzen. Ich glaube, was man an der Stelle wieder als Negativpunkt anmerken kann, war ja das, was wir ja gegen Donnes schon angemerkt haben, dass wieder die zeitliche Verteilung wieder so ist, dass zu Hause 18.55, auswärts 21 Uhr, ja, ist, andersrum wäre halt wieder schöner gewesen. Ja. Ja, aber ich finde trotzdem, ja, also ich finde es sogar in Ordnung, also für mich persönlich funktioniert es ganz gut so, weil ich vielleicht danach noch weiter muss und ich finde es auch insofern ganz gut, dass wir dann Rückspiel länger Zeit haben und Smilat anzugucken, also insofern. Egoistisch gesehen ist es jetzt gar kein Nachteil. Ja, okay, klar, das kannst du natürlich auch als Vorteil sehen, das stimmt schon. Basti, was meinst du? Nee, ich wollte auf den Gegner in Terminal zurückkommen und eigentlich so ein bisschen in Relation zu Donetsch setzen. Ich glaube, die Qualität unterscheidet sich trotzdem nicht so krass, nur weil die anderen Namen uns geläufiger sind, weil die in der Nähe spielen und man die öfter irgendwie begegnet. Ich glaube, wenn Donetsch gegen Mailand spielt, dann ist es ein ausgeglichenes Duell, also meiner Meinung nach. Und Marvin hat es ja gesagt, wenn wir so einen magischen Abend wiederkriegen und wir gewinnen irgendwie 2-0, ich weiß es nicht, kann ja passieren, da muss halt echt viel zusammenkommen, keine Ahnung, Inter wird vielleicht ein bisschen überfahren, auch wieder von der Stimmung, wer weiß, vielleicht haben wir wieder ein bisschen Glück kriegen, vielleicht auch wieder ein Elfmeter, das hat uns gegen Donetsch ja auch so ein bisschen Glück gebracht. Einfach so ein dummliches Handspiel und wenn du dann 2-0 gewinnst, hat René es ja schon gesagt, was ist denn, stell mal vor, wir sind dann da mit, ich hoffe immer noch drauf, sorry, ich hoffe immer noch, dass wir da mit 15.000 sind und die Eintracht hat Zinsspielzone gewonnen und auf einmal machst du nach einer Ecke des 1-1 und Inter muss plötzlich vier Tore machen. Weißt du, was ich meine? Oder drei dann noch, aber das ist ja Wahnsinn. Das wäre ja überragend, wenn wir das irgendwie schaffen würden und ich finde, dass diese Konstellation gar nicht unbedingt ein Nachteil ist, ich weiß gar nicht, weil du dann immer noch dieses Auswärtstor irgendwie hingurken kannst und das wird mindestens, ja, jetzt vielleicht kein Heimspiel, weil Interfans vielleicht auch da sein werden, aber zumindest 50-50 von der Stimmung her und deswegen, es kann alles passieren, aber ich genieße es jetzt einfach nur, weil es ist auch so, selbst wenn wir jetzt ausscheiden, war das trotzdem eine geile Saison. Ja, das auf jeden Fall. Die Frage ist so ein bisschen auch, wie ernst Inter das Thema dann auch nimmt mit der Euroleague, ob die jetzt wirklich irgendwie hart heiß sind auf den Titel oder nicht? Na eben. Das, ja, das, oh, schön. Ich sehe gerade, das nächste Ligaspiel nach dem, nach dem Rückspiel ist AC Mailand gegen Inter. könnte uns vielleicht auch noch ein bisschen in die Karten spielen, also da nochmal versuchen, so nicht so ganz auf Risiko zu gehen, je nachdem, wie das Hinspiel dann ausgeht. Das ist jetzt alles viel hätte, wenn und aber, aber, ja, ich glaube, wir haben es wirklich in der Hand, wenn wir da sauber in das Ding reingehen, Druck machen und ihnen das eine oder andere, vielleicht auch wirklich glückliche Tor einschenken in dem Hinspiel, dann haben wir doch durchaus die Möglichkeit, uns da nochmal irgendwie eine Runde mehr zu gönnen. Also ich würde es nicht von vornherein abschreiben wollen und es wird auf jeden Fall, werden auf jeden Fall zwei großartige Fußballspiele werden. Ja, da kannst du ganz fest von ausgehen, das wird alles richtig geil. Was ist denn jetzt eigentlich schon bekannt, wie viel, wie viele Karten wir kriegen? 8000 hatte ich gelesen, waren, war so das, oder nee, was waren es die, die, die fünf, ich kann wieder gucken, was war denn jetzt fest an Karten? 5.500. 5.500, das ist ja dieser 10% Dingens, nee, 5% Satz dieser, der da ja immer zusteht. Genau, genau. Da werden sie aber wahrscheinlich nochmal ein bisschen, ein bisschen nachlegen. Das haben sie aber den anderen, denke ich, auch getan, nochmal nachverhandelt. Also ich gehe locker davon aus, das hattest du, glaube ich, auch gesagt, Basti, das mit Sicherheit, was waren es, 18.000 Anfragen bei dem, beim Donetsch-Spiel, also da, nee, bei Rom waren es 18.000, ich gehe davon aus, dass es hier auch wieder mindestens so viele werden, wenn nicht sogar noch mehr. Also da will, glaube ich, wirklich jeder hin. Ja, das wäre geil. Also, ich würde mich freuen, ja, da will auch wahrscheinlich jeder hin, ich glaube, es wird halt wieder ein bisschen problematisch mit den Karten, aber, ich hoffe, dass jeder irgendwie zu seinem Glück kommt, ne? Habt ihr denn schon Karten? Oder, ja, ja, nicht so einfach. Nicht so einfach, ja, schon klar. Ja, naja, es ist halt, ja, wie soll man sagen, es ist, momentan, also ich hab sie noch nicht in der Hand, aber es sieht gut aus, würde ich mal sagen, ne? Was ja, insofern, müssen wir mal schauen, dass das dann alles so funktioniert. Aber wir fahren halt eben auf jeden Fall hin, ich meine, für uns ist es so ein Ding, da haben wir gleich gedacht, weißt du was, das müssen wir eigentlich machen. Ich hatte jetzt zum Beispiel erstmal geguckt, okay, wie fahr ich hin, wie komm ich hin am besten? Und dann hab ich länger geschaut und hab dann erstmal nach Flügel geguckt, dann hab ich gedacht, boah, naja, Flügel, die sind aber, explodieren jetzt eigentlich doch relativ krass die Preise und dann hat Basti gesagt, die fahren mit dem Auto und ich hab gesagt, mega geil, machen wir so und ich freu mich da drauf, weil das ist halt von Mittwoch bis Freitag, sind echt schön, wir fahren Mittwoch ganz relaxed hin, so lange fährst du ja von Frankfurt gar nicht, ne? Bist gemütlich unterwegs, vielleicht fahren wir über den Brenner, ich weiß es jetzt gar nicht, dann kommen wir dann da ganz relaxed an, essen irgendwo schöne Pizza und dann haben wir am Mittwoch einen guten Abend, da werden wir uns wahrscheinlich auf jeden Fall einen reinstellen und damit wir am Donnerstag uns ein bisschen gehandicapt fühlen und dann geht's uns am Donnerstag irgendwie am Laufe des Tages für die einigermaßen, dann laufen wir halt durch ein bisschen, durch ein hoffentlich sonniges Mailand, haben gute Zeit, essen dann Eis und abends wird hinterher weggeflaggt, so läuft der Dachs, ne? Das ist so mein Plan, ja. Das klingt doch erstmal nach einem sehr, sehr soliden Plan, also ich hätte mal geguckt, das sind so sieben bis acht Stunden, je nachdem wie viel Glück oder Pech man da mit Staus vielleicht auch hat, also ich glaube, das ist durchaus eine Strecke, die man bequem mit dem Auto da runterfahren kann. Eigentlich auch, ja. Ist aber eigentlich auch krass, dass die Flüge dann da so drastisch irgendwie ansteigen. Ja, ja, gut, das ist halt, das hast du halt, weil jede, ja, Fluggesellschaft mittlerweile an so aktuelle Suchsysteme angegliedert ist, wo du ja nicht mehr diese Festpreise hast, sondern es genau danach geht, wie kann ich am meisten am schnellsten Geld verdienen. Das ist ja irgendwo auch nachvollziehbar, das hast du ja bei anderen Sachen auch, bei Amazon hast du es ja genauso und bei anderen, ja, Bestellplattformen und die wissen halt auch genau, wie sie jetzt irgendwie ihr Geld verdienen können und deswegen gerade bei, ja, bei Ryanair hat sie eine Dreiviertelstunde vorher bestellt, hättest du für 10 Euro wahrscheinlich den Flug bekommen. So war ich am Ende mal irgendwie zwischenzeitlich bei 200 und da habe ich gedacht, nö, ja, geht schon. Ja, also es wird auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Fußballabend sowohl zu Hause als auch in Mailand. Wir können, glaube ich, wirklich davon ausgehen, dass eine Menge Eintracht-Fans auch ohne Karte da runterfahren, einfach um die Mannschaft zu unterstützen. Das könnte sehr, sehr schön werden. Das wird auf jeden Fall so sein. Ich glaube, da ist jeder bemüht daran, dieses Fußballwunder ein wenig oder zumindest diese Wunder, diese wunderbare Märchen ein wenig weiter zu schreiben und ich bin mal gespannt. Ich bin extrem interessiert daran zu hören, welche Anreisen da sonst so geplant sind. Es wird nicht nur Leute geben, die mit dem Auto runterfahren, die fliegen. Es gibt bestimmt viele, die mit dem Zug fahren. Keine Ahnung, vielleicht fährt jemand mit dem Fahrrad runter. Das kann ich mir bei unseren verrückten Eintracht-Fans auch vorstellen, dass es ein paar ganz Sportfanatische gibt, die sagen, die machen diesen Trip. Was weiß ich, solange sie nicht mit, es gibt bestimmt auch viele hier Motorradfahrer oder sowas, das kann ich mir auch vorstellen, aber solange sie jetzt nicht nur mit dem Pferd unterwegs sind, läuft es ja. Motorrad könnte ich mir auch in der Tat ganz gut vorstellen, dass der eine oder andere da runterfährt. Also das sind auch, glaube ich, ganz schöne Strecken. Und je nachdem, der eine oder andere wird dann ja nicht nur vielleicht drei Tage, sondern auch noch ein bisschen mehr haben, ist das, glaube ich, auch eine ganz gute Gegend, wo man dann auch noch irgendwie so das Wochenende oder irgendwas dran hängen kann. Genau. Sehr schön. Beileid an den SGE-Frank, gerade eben im Chat, der geschrieben hat, dass er sowohl am 14. als auch am 7. auf Geschäftsreise ist. Ja, scheinbar. Ich weiß, wie blöd das ist, ich habe ja letzte Woche von dem Donnerspiel nicht so wirklich viel gesehen, weil ich auch geschäftlich leider nicht dazugekommen bin, Fußball zu gucken. Das ist irgendwie sehr doof, wenn man bei solchen Spielen das dann nur über so Live-Ticker verfolgen kann. Das macht nur bedingt Spaß. So, dann können wir aber, glaube ich, das Spielerische an der Stelle abhaken und dann müssen wir natürlich über das reden, was jetzt an dem Spiel am vergangenen Donnerstag noch so rundherum passiert ist. Wir werden das jetzt aber bewusst kurz hier halten und möchten an der Stelle einfach sehr ausführlich auf die leider sehr kurzfristig vor dieser Aufnahme erschienene Fußball-2000-Folge verweisen, weil, Marvin, ihr habt euch da eine Spezialistin eingeladen. Ja, also ich glaube, es hätte nichts Besseres passieren können, als dass die Heike sich dazu bereit erklärt, Heike Berufgaard, mit der, was hier wahrscheinlich noch die ein oder andere engere Verbindung hat. Oh, das klingt jetzt falsch, aber eben. Heike Berufgaard war so freundlich und es war bei Fußball-2000, aber ich kann es euch wirklich nur empfehlen, weil das ist, wir haben uns da viel Mühe gegeben bei der Aufarbeitung der ganzen Situation am Donnerstag, die sehr vielschichtig war, die aber auch natürlich auch frustrierend für viele Leute war, für uns übrigens auch. Es hat uns auch genervt, der ganze Ablauf. Aber wir haben das versucht irgendwie einzuordnen. Sie hat das wunderbar gemacht, deswegen, auch wenn ich querverweise in der Regel nicht so mag, mach das mal. Genau, vielleicht noch kurz zur Ergänzung. Heike Berufgaard ist beim Hessischen Rundfunk die Fachfrau, wenn es um Gerichtsreportagen geht. Also die ist da schon seit vielen Jahren. Genau, seit extrem langer Zeit schon, auch wenn sie erst 29 ist, Gerichtsreporterin. Und kennt sich halt dementsprechend aus, ist auch logischerweise bei Gericht bekannt und bekommt auch ein bisschen hier und da was mit. Und das war ein großer, großer Vorteil. Deswegen kann ich euch das empfehlen. Was aber jetzt natürlich neu herausgekommen ist, was wir noch nicht unterbringen konnten, ist natürlich die ganz klare Haltung der Frankfurt-Eintracht, hier mal ganz klar auch zu zeigen, Leute, also wir lassen uns hier jetzt auch nicht alles gefallen. Und die Eintracht will dagegen, ja, vorgehen. Auf jeden Fall habe ich das gelesen. Genau, sie hatte ja schon angedeutet, dass sie die Rechtlichkeit dieses Vorgehens so ein bisschen infrage stellt und sich vorbehält, eben nach Prüfung mit den Anwälten in der Tat rechtliche Schritte hier einzuleiten und hat jetzt heute offiziell verkündet, dass sie Beschwerde einlegen wird beim Amtsgericht. Zitat, wir haben erhebliche Zweifel an der Rechtmäßigkeit der Maßnahmen und ihres Zustandekommens. Eine objektiv-rechtliche Klärung ist daher notwendig und auch für die weitere Zukunft hilfreich. Davon unabhängig sind wir natürlich auch bereit, das Angebot des Frankfurter Polizeipräsidenten zur Aufarbeitung in einem gemeinsamen Gespräch wahrzunehmen. Dies habe ich ihm im Namen von Eintracht Frankfurt bereits in unserem Telefonat am Tag des Donnerspiel mitgeteilt. Das war ein Zitat von Axel Hellmann. Halte ich für absolut notwendig, das genau so zu machen. Ich finde, es ist wichtig, auch die eigenen Rechte hier dementsprechend auch ein bisschen durchzusetzen und auch den Fans auch nochmal zur Seite zu stehen, auch zu zeigen, Leute, so geht es halt nicht. Man kann auch nicht alles mit uns machen. Und deswegen bin ich sehr, sehr zufrieden, dass die Eintracht diesen Weg geht. Ich bin gespannt, was dabei rumkommt. Aber für einige Beteiligte wird es nicht so ganz einfach. Wen meinst du da? Bleibt zu hoffen. Also ehrlich gesagt habe ich da mehrere Leute im Blick. Also ich glaube, die Polizei hat sich da zum großen Teil auch ein bisschen unglücklich verhalten. Und natürlich halt auch der Innenminister, der Peter Beuth, den wir ja schon leider das eine oder andere Mal zuvor erwähnen mussten in gewissen Kategorien, der hat sich ja schon das eine oder andere Mal nicht gerade durch großartig intelligente Aussagen hervorgetan. Und auch da hat es wieder gezweifelt. Aber ich würde einfach da sagen, dass wir wirklich mal schauen, dass die Klärung da voranschreitet. Dann schauen wir mal, ob das so passt. Es ist halt für den Moment extrem ärgerlich, weil du natürlich die Situation am Donnerstag so nicht zurücknehmen kannst. Du kannst jetzt nur jetzt überprüfen lassen, ob das rechtmäßig war, ja oder nein. Und wenn das nicht rechtmäßig war, wird es auch Konsequenzen haben. Aber darauf kannst du dann, wie das dann auch immer geartet ist, aufbauen. Und das ist ganz wichtig. So muss es ja auch miteinander geben. Aber vielleicht brauchen wir uns dann auch in Zukunft nicht mehr ganz so viel gefallen zu lassen, weil die Verhältnismäßigkeit, na ja, kann man darüber sprechen, ob die so gewahrt wurde. Ja, ich finde auch nach wie vor die Kommunikation von der Polizei im Nachklang auch jetzt noch eine Frechheit. Man kann ja immer sagen, ja, zu der Zeit hatten wir die und die Information noch nicht, aber jetzt sind ein paar Tage vergangen. Und zumindest über Social Media und auch was man sonst so liest, gibt es nicht ein Zentimeter, wo man sagt, vielleicht ist da nicht alles optimal gelaufen. Das habe ich nirgendwo gelesen. Es wird nur gerechtfertigt. Es wird alles, wird sich probiert zu rechtfertigen. Es wird probiert, das zu verharmlosen. Es wird probiert, Schuld den Fans wieder zu geben, zu sagen, ja, die haben uns Gewalt angedroht, deswegen sind wir mit Schlagstöcken da reinspaziert. Da frage ich mich auch, was ist das? Also das fand ich auch. Also es gab ja dieses, dieses Zwei-Minuten-Video, was die Polizei Frankfurt heute veröffentlicht hat, wo sie irgendwie so im Intro sagen, wir gehen auf eure Fragen irgendwie ein. Da finde ich es schon mal irgendwie so ein bisschen problematisch. Da werden Fragen gezeigt, die tatsächliche User irgendwie gestellt haben. Und dann machst du irgendwie die Leute, von denen das kommt, unkenntlich. Also hätte man zumindest da irgendwie Ross und Reiter noch mit benennen können. Aber dann ist in der Tat der Teil, wo sie dann auch zu dieser Rechtmäßigkeit Stellungen nehmen und sagen so, ja, uns ist dieses Banner, um das es ja dann am Ende irgendwie ging. Also das Ganze war ja ausgelöst durch diese ganze Durchsuchungsgeschichte, bei der es gefunden wurde. Dann wurden sie auf dieses Banner aufmerksam gemacht oder wurden aufmerksam. Es gab wohl Gespräche von, so wie es da gesagt wird, von der Stadion-Security, so wie ich das verstanden habe. Diese Gespräche mit einzelnen Menschen von der Aufbau-Crew sind wohl dann zu dem Ergebnis gekommen, dass man gesagt hat, man würde ihnen das nicht ohne Gewalt oder nicht ohne Gegenwehr herausgeben, was, glaube ich, auch normal ist, wenn du sagst von wegen, hey, wir haben jetzt hier seit 72 Stunden, und sitzen wir hier und bereiten diese Choreo vor, die die größte gewesen wäre in 15 Jahren Vereinsgeschichte. Dann kommt jemand und sagt von wegen, wir nehmen euch dieses Banner irgendwie weg, wo er sagt von wegen, nee, so Leute, ihr könnt uns das nicht einfach wegnehmen. Und dann entscheidet man auf Grundlage dessen, dass es heißt von wegen, nee, wir geben euch das nicht einfach raus, dass das dann die Verhältnismäßigkeit ist, sich dann zu entscheiden, zwei Stunden später, weil das war ja der zeitliche Ablauf, so wie es die Polizei in diesem Video darstellt, dann mit Menschen in Kampfanzügen, das waren locker 50, 60 Mann mit Kampfanzügen und Schlagstöcken da reinzugehen, um ein verficktes Banner da rauszuholen. Ja, und das ist es, was sich am meisten stört. Da ist kein Drogenring ausgehoben worden oder sonst irgendwas. Da ist keine Wohnung gestimmt worden, die monatelang irgendwie observiert wurde. Und man sagt, ja, da muss der Zugriff jetzt erfolgen, da findet gerade ein Drogendeal statt, der was weiß ich wie viel Kokain im Wert von drei Millionen Euro Marktwert, etwas, was ich hatte. Nein, da steht ein Banner, da steht drauf, Beut, der Ficker fickt zurück. So. Beut, Doppelpunkt, der Ficker fickt zurück. Also, das ist schon, muss man schon dann auch näher rankommen. Also, ich... Ja, aber das geht nicht. Geht weiterhin nicht. Dass die Polizei auch zur Gefahrenabwehr da ist. Genau. Und ich weiß nicht, ob die Verhältnismäßigkeit sowohl Polizisten zu gefährden als auch eben Zivilisten für einen Banner dann diese Verhältnismäßigkeit oder ob diese Verhältnismäßigkeit da gegeben ist. Ich bin mir da nicht so ganz sicher. Und das ist, was mich auch so ein bisschen stört, dass es immer so getan wird, als wenn Ultras gegen Polizei zwei gleichwertig, zwei gleichwertig konkurrierende Gruppen in einem Kampf sind. Ja, das kann ja gar nicht sein. Nee, die einen haben Waffen, die anderen nicht. Nein, die einen haben Waffen, die anderen haben auch einen Auftrag und die anderen werden dafür bezahlt. So. Das ist kein Kampf zwischen zwei rivalisierenden Straßenbanden, wo die eine Bande sagt, ja, aber die eine Bande hat, was weiß ich, den einen Cousin von dem umgebracht, deswegen wollen wir Rache umfahren jetzt mit dem Auto da vorbei und knallen die ab. Nein. Das sind zwei, die sind nicht auf Augenhöhe. Nee. Gesetzlich auch nicht. Die einen können sich viel mehr erlauben und die können sich nur viel mehr erlauben, weil sie eigentlich vom Staat den Auftrag haben, für Gefahr abzuwehren und nicht selber für welche zu sorgen. Das muss auch mal endlich klar sein in der Diskussion, wenn die sich da verteidigen. Die verteidigen sich wie als wenn die eine Partei in dem Krieg. Sind die nicht. Die sind diejenigen, die dafür sorgen müssen, dass eigentlich das, was sie selber jetzt gemacht haben, nicht passiert. Und wenn das wegen diesem Banner passiert, das kann nicht sein. Diese Diskussion vorher schon, zu sagen, die kontrollieren die Räume der Ultras auf Pyrotechnik, allein das schon, ist schon grenzwertig zu sagen, ist das wirklich nötig? Ist diese Art der Provokation, die dann zur Folge, dass die Stimmung aufgeheizt wird und eine aufgeheizte Stimmung kann auch nochmal für Gefahr sorgen, ist diese Gefahr dann nicht viel größer als die ursprüngliche, die angeblich bestanden hätte? Das sind alles Sachen, die werden vollkommen von der Polizei jetzt ignoriert. Ich habe noch nicht ein einziges Statement gelesen von niemandem, der sagt, na, dieser Einsatz war wahrscheinlich nicht so gut. und das ist doch das auch, was so diese Wut weiterträgt, auch bei normalen Leuten und gerade bei Fans dann, wenn die wissen, die machen das. Jetzt haben wir das Glück gehabt, dass wenigstens das öffentliche Echo auf unserer Seite ist. Wir wissen doch aber alle, dass am Ende des Tages wieder nichts passiert. Nichts. Nichts. Dieser Polizist, der den da über die Bande geflaggt hat, der wird wahrscheinlich nicht rauszufinden sein. Das wird im Sande verlaufen, bla 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 bla. Dann wird es wieder irgendeinen angeblichen Zwischenfall mit Fans geben, wo die Polizei wieder hart durchgreift und dann geht es von vorne los. Das ist doch das, was wir wissen. Das ist das größte Ärgernis. Ja, das ist das größte Ärgernis daran, denn wir wissen alle, jeder von uns muss normalerweise, wenn er Scheiße baut, irgendwelche Konsequenzen befürchten. Dann ist es halt einfach so. Eben. Muss man dann arbeiten. Das Problem ist, dass genau das halt, ja, erstmal aktuell nicht, ja, für die Polizei nicht zu befürchten ist. Und das ist halt ärgerlich, denn es ist, wie Basti auch sagt, du musst mir den Fehler nur noch arbeiten. Warum ist nicht einfach mal gesagt worden? Naja, Leute, wir haben wirklich einen Fehler gemacht und da ist einer von uns, da eskaliert und der hat irgendwie auch Leute verletzt und das geht halt einfach nicht und wir werden, wir werden innerpolizeiliche Konsequenzen bemühen, ja. Und es gibt ja auch eine innere Aufarbeitung der Polizei und das müsste einfach mal klar gemacht werden, weil man sieht es eindeutig, ja, es gibt diese Verletzten, das ist nicht ausgedacht und da muss es halt irgendwie auch Konsequenzen dafür geben. Und das Problem ist, es reiht sich halt in einer Geschichte, ja, der, ja, was weiß ich, der letzten Wochen, letzten Monate ein, die richtig scheiße für die Polizei auch in Frankfurt ist. Das ist ja nicht die einzige Kiste, die da läuft und die ist aber die letzte Kiste, die da läuft. Also es ist ein mehrfach unglückliches Verhalten jetzt gegenüber den Fans. Dass die sich aber auch da irgendwie in, ja, keine Ahnung, von Beuth ja in Beschlag nehmen lassen, muss man sagen, ist auch nicht großartig vorteilhaft und was da sonst so läuft, naja, hat man auch in den Medien mitbekommen. Ich weiß nicht, ich denke, es wäre so sehr sinnvoll zu sagen, okay, wir machen eine wirkliche Aufarbeitung, wir gucken, wo unsere Fehler sind, damit wir wieder ein Vertrauensverhältnis aufbauen, denn das ist leider auch ein Stück weit aktuell einfach zerrüttet und damit kannst du nicht mit einem lustigen Social-Media-Ding hier arbeiten, in dem du drei GIFs postest oder jetzt irgendwie ein großartig empathisches Video postest, sondern das musst du mit harter Arbeit machen. Ich finde ehrlich gesagt sogar die ganze Situation, wie das hier passiert, dass alles so pseudo-offensichtlich in Social-Media abgearbeitet wird, durchaus problematisch. Ich will hier harte, normale, rechtsstaatliche Konsequenzen. Ja und auch jetzt hier keine Seierer. Ja, genau das und das geht schon ein bisschen ins Getrolle rein, dass die Leute, die Fragen stellen, wirklich abkanzeln mit sagen und wenn sie sich auf einen Paragrafen berufen, das wird ein Gericht entscheiden am Ende des Tages, kommen trotzdem nur blöde Ausreden. Weil dann würde ich sagen, okay, dann stellt die Kommunikation komplett ein, bis ihr nicht wisst, wie eure Strategie ist. Aber dieses on-real-time-mäßige und du merkst, wie in der Entwicklung stattfindet, dass erstmal eine Ablehnung da ist, plötzlich die auch gar nicht wissen, was passiert ist und dann, ja, der, der sich verletzt hat, hat sich bei uns noch nicht gemeldet. Leute, das geht nicht. weil das trägt noch zu einer weiteren Eskalation bei. Das geht nicht. Auch wenn es moderne Kommunikation ist, da muss man sich trotzdem erstmal zurückhalten und sagen, interne Strategie besprechen. Weil das macht die Leute sauer. Als ich heute dieses Video von der Polizei gesehen habe, habe ich gedacht, ich stehe im Wald. Ich habe wirklich gedacht, ich stehe im Wald, weil das ist wie wenn du wirklich jemanden, weiß ich nicht, ja, du, keine Ahnung, irgendein Ladendetektiv erwischt, jemanden wie einer Kaugummis klaut, gehst dir mal in die Tasche und sag, hier sind die Kaugummis. Da, du hast sie geklaut, ich habe es hier auf Kamera, wie du die einsteckst. Und dann sage ich immer noch, nö, nö, das habe ich nicht geklaut, das sind meine Kaugummis, die habe ich von zu Hause mitgebracht. Und du bist einfach immer Warnsinger. Also das ist so, dieses, dann sei still, kommuniziere erstmal gar nicht und überleg dir, wie du es machst, wie Marvin es gesagt hat, weil wenn das jetzt so offen bleibt und wenn die wirklich denken, dass das korrekt gelaufen ist, dann haben wir wirklich ein Problem, weil man ja dann damit rechnen muss, dass sowas in Zukunft wieder passiert, weil es hier keine Konsequenzen gibt. Das ist ja, was Marvin gesagt hat. Wenn Marvin und ich jetzt, keine Ahnung, einfach, weiß ich nicht, in die Stadt gehen und gehen in den Laden und nehmen uns Klamotten und zahlen die nicht. Wir gehen raus, laufen rum und denken, oh cool, das hätte funktioniert, brauchen wir gar nicht mehr für Klamotten Geld ausgeben. Und weil uns nichts passiert, können wir es ja nächstes Mal wieder machen. Also das ist doch, wenn es keine Konsequenzen für den einzelnen Beamten gibt, weil er genau weiß, dass er durch die Gruppe und dann auch noch durch die Politik geschützt wird, dann ist die Hemmschwelle ja auch viel kleiner, dass sowas in Zukunft wiederzumachen. Da braucht, die Kennzeichnungspflicht ist dann auch ein zahnloser Tiger, was ist los? Also wenn da sowieso nichts rauskommt. Ja, die ist ja sowieso ausgesetzt, das ist ja der nächste Punkt, auch die funktioniert ja nicht. Das ist ja, also die wird ja auch selektiv dann immer wieder ausgesetzt. Da müssen wir mal nachgucken, aber ich glaube, die ist sowieso gar nicht gang und gäbe. Das ist das nächste Problem. Wir haben einfach gewisse Problempunkte aktuell, die müssen bearbeitet werden und dazu gehört einfach auch, dass eine richtige, ordnungsgemäße und rechtsstaatlich korrekte Abwicklung vonstatten geht, die mir ganz klar aufzeigt, wo die Fehler gemacht wurden. Weil ganz ehrlich, auf die eine Seite, auf die Seite der Fans, haust du eh immer drauf. Und da habe ich dann oftmals das Gefühl, dass die in dieser total übereskalierenden Debatte, die es in den letzten Monaten schon gab, wir haben ja drüber gesprochen, das ist ja nichts Neues. Also ich meine, wir haben ja immer wieder hier darüber gesprochen, als uns merkwürdig aufgefallen ist, dass jetzt, okay, zuletzt waren es die Wölfe, davor waren es die Ultras. Davor wurde auf die Ultras draufgehauen, auch von Beuth und so weiter und so fort. Wir haben Aussagen, wo du gemerkt hast, okay, der hat offensichtlich gar keine Ahnung von der Thematik, was er hier gerade Haftstrafen von anderen Seiten. Technik, Haftstrafen. Genau, und da muss man echt, ah, wirklich die Kirche im Dorf laden. Das Problem ist, dass die Situation jetzt so weit eskaliert ist, dass sich selbst diese Ordnungsbehörden jetzt dazu bemüßigt gefühlt haben, über die Stränge zu schlagen. Und da ist es ganz klar so, es gibt Gesetze, auch für sie, die müssen angewandt werden und wenn die übertreten wurden, gibt es eine Konsequenz. Das will ich und dann können wir sehen, wie wir weiterarbeiten. Wenn ich aber merke, die Situation funktioniert nicht, es gibt keine Aufarbeitung, sondern Superman erweitert das so, dann braucht man sich leider auch nicht daran gewöhnen oder gar nicht hoffen, dass das Vertrauen größer wird. Ich glaube, damit ist niemandem geholfen. Ja, und das finde ich wichtig. Ich finde auch dann wichtig, dass das in diesem Impact dann auch diskutiert wurde und durch die Medien gegangen ist, zu sagen, das ist nicht normal. Und ich glaube sogar, dass wir in dem Fall, das hört sich jetzt blöd an, aber in dem Fall sogar noch Glück hatten, dass das so prominent rumgegangen ist, weil diese Choreo abgesagt wurde. Das ist auch ein gutes Zeichen dann im Nachhinein gewesen von den Ultras, zu sagen, nee, weil stellt euch vor, die Choreo hatte ganz normal stattgefunden, die andere hätte 4-1 gewonnen und jo, so, dann hätte es eine Randnotiz, die im Ohrform, Spiegel, Palawa mit zwei verliehen, mit den letzten Fans. Das hätte jeder darunter abgehakt. Von wegen, ja, das kennt man ja vom Fußball. Also, das ist ja so ein 2-3-Zeiler dann irgendwo. Dann liest du irgendwo und denkst hier, keine Ahnung, der passiert ja überall. Und ich glaube, dass manche Fanszene in Deutschland eben nicht das Glück haben. Ich glaube, dass solche Dinge in vielen, vielen Stadien passieren. Und das hat ja auch diese Solidarität, die kommt ja auch nicht von ungefähr, die kommt ja daher, weil die eigene Erfahrungen gemacht haben, die auch in diese Richtung gehen. Die wissen ja, andere Fanszene, die sich dann mit der Eintrag solidarisch zeigen, können ja auf einen eigenen Erfahrungsschatz zurückgreifen und sagen, ja, deswegen ist uns, ja, deswegen ist euch unsere Solidarität sicher, weil wir wissen, wovon wir reden. Also, es passiert ja wahrscheinlich bei jedem Drittligaspiel auch solche Sachen. Der Axel bei 390 hat mir von Köln von Sachen erzählt, wo plötzlich, keine Ahnung, auf ganz normale Fans eingekloppt wird. Das haben wir alles schon gesehen. Rapid Wien, selbst in Österreich werden Leute sieben Stunden irgendwo in so einem engen Ding festgehalten und so. Marvin hat es ja gesagt, Fußballfans werden wirklich über die Maßen schlecht behandelt, weil es natürlich auch gewisse Zwischenfälle gab, aber trotzdem diese Massivität, mit der jetzt gegen Fußballfans vorgegangen wird, die steht trotzdem in keinem Verhältnis zu dem, was tatsächlich passiert. Das ist weiterhin so und das finde ich eine ganz gefährliche Debatte, wenn dann Politiker wie Beuth probieren, darüber sich irgendwie, ja, ich unterstelle es jetzt mal, am rechten Rand Wählerstimmen wieder zurückzuholen mit einer Law-and-Order-Politik, die vielleicht dann zur AfD abgewandert sind, weil die dafür sprechen, ja, bla bla, wir hatten es ja mit Flüchtlingen und man ist nicht mehr sicher, ich traue mich nicht mehr in die Innenstadt, die Leute trauen sich nicht mehr ins Fußballstadion, die Leute trauen sich ja irgendwann nirgendwo mehr hin, im Wald auch nicht mehr, weil da jetzt der Wolf rumläuft, also diese Panik überall, die muss aufhören, weil diese Panik dafür sorgt, dass Leute gibt, die diese Panik ernst nehmen, so eine gefühlte Panik nur und dann dadurch Maßnahmen ergreifen, die diese Leute, die diese Panik haben, zu Hause, obwohl sie gar nicht in Gefahr sind, trotzdem beruhigen. Das ist ja, wenn du die, lass mal wirklich auf, zeigst selber, was das für Mechanismen sind und wo die eigentlich komplett auch Fehler in der Matrix haben, das ist ja völlig krank, dass jemand, der daheim sitzt, der nie ins Stadion geht, weil er Angst hat, ins Stadion zu gehen, weil er Zeitungsberichte liest über völlig übertriebene Sachen, die da eigentlich gar nicht passieren, geht aber nicht ins Stadion deswegen. Dem jetzt zu genügen zu wollen, mit Maßnahmen, die dann Leute betreffen, die wirklich ins Stadion gehen, nur um jemanden, der eh nicht ins Stadion geht, zu beruhigen, ja Leute, dann wird es kriminell, weil ich habe nämlich noch niemanden gesehen, der wirklich ins Stadion geht und sagt, boah, ist das hier gefährlich. Das sind immer die Leute, die nicht dahin gehen und die will man jetzt irgendwie befriedigen, das ist völlig Banane. Sorry. Und ich möchte noch ergänzen, wenn ich im Stadion ein komisches Gefühl in der Magengegen habe, dann war es bislang noch nie wegen irgendwelchen Fans. Dann wenn die Eintracht Eckball hat, weil wir Angst vor einem Konter haben. Ja, entweder das oder wenn eben diese voll mit Maschinenpistolen ausgerüsteten Stormtrooper da rumstehen, da habe ich ein wesentlich schlechteres Gefühl im Magen, als wenn ich irgendwelchen Fans begegne. Ganz ehrlich. Ja, weiß ich es auch. Gut. Ich glaube, damit haben wir also mehr oder weniger alles zu dem Thema gesagt, was wir hier sagen wollten. Wir fordern, oder wir würden uns wirklich mehr als deutlich wünschen, dass das Thema jetzt wirklich sauber aufgearbeitet wird, und zwar mit der kompletten Kette. Nicht nur das Verhalten der Polizei, da gehört für mich auch das Verhalten von dem Herrn Innenminister dazu, als auch das Verhalten und das Vorgehen von Richter und Staatsanwalt, die ja dann auch irgendwie da diesen ganzen Einsatz genehmigt haben. Ja, auch da muss man vielleicht nochmal gucken, ob man vielleicht für solche Sachen in Zukunft da ein bisschen strukturierter angeht. Und ich möchte an dieser Stelle schon eine Empfehlung loswerden, die uns über Twitter geschickt wurde. Das ist vielleicht etwas früh, aber ich schicke es hier trotzdem schon mal verbal an euch raus. Und zwar gibt es einen Beitrag, den kann man auf YouTube anklicken, von extra 3, wo sich eine Universität Strafanzeige gestellt hat wegen einem Fickt-euch-Kommentar und die Staatsanwalt, ich glaube es war Sachsen, ich weiß es gerade nicht mehr ganz genau, festgestellt hat, dass das Wort Ficken mittlerweile umgangssprachlich zum Gebrauch gehört und keine Beleidigung darstellt. Ja, stimmt. Das ist schon ein bisschen älter, gell? Das ist schon ein bisschen älter. Arbeiten die das auf und dann sagen die, Ficken könnte auch sowas wie, keine Ahnung, Stoßen bedeuten oder irgendwie. Ja, oder wenn irgendwie bei der Bundeswehr der Leutnant irgendwie einen harten Drill drauf hat und so, also vielleicht sollte man auch da mal drüber nachdenken, ob es nicht vielleicht bei solchen Dingen auch so ein einheitliches Verständnis bei diesen ganzen Rechtsorganen von gewissen Begrifflichkeiten gibt. Gut, damit würde ich sagen, haken wir das Ding ab. Wir empfehlen an der Stelle auch nochmal die aktuelle Folge Fußball 2000. Die Links hauen wir euch wie immer in die Shownotes und dann müssen wir es jetzt irgendwie schaffen, noch den Blick auf Hannover zu kriegen. Marvin, du warst vor Ort und hast außer drei Punkten jetzt die Erkältung mitgebracht. Hat es sich gelohnt? Ja, irgendwie habe ich das alles schon vorher gehabt, glaube ich, aber jetzt bricht das alles aus. Ja, also ich meine, hallo, die Eintracht hat drei Punkte geholt gegen einen wichtigen Gegner, was für mich halt immens spannend war zu sehen, dass die Eintracht sich auch nach einer mäßigen ersten Halbzeit, wo du genügend Chancen hattest, aber auch nicht irgendwie, ja, eilen lässt, sondern ganz im Gegenteil, hat weiter versucht, das Tor zu machen, weiter versucht, Akzente zu setzen und auch, es gibt Tage, an denen läuft Schluss nicht ganz so, du hast ein paar Chancen, wir hatten in der ersten Halbzeit viele Chancen, haben sie nicht genutzt und dann aber irgendwann kommt es dazu, dann sind wir einfach dominanter als die Hannoveraner, die irgendwie zwischenzeitlich auch mit Gefühl damit mehr zu tun hatten, irgendwie den einen Spruchband, das eine Spruchband mit dem anderen zu wechseln und gar nicht so aufs Spiel so sehr versehen waren zumindest die Fans, kann man nachvollziehen, extrem schwierige Situation momentan für die Hannoveraner, die auch, glaube ich, bald eine Jahreshauptversammlung haben, in der einiges geklärt werden muss, aber allein vom Spielerischen hast du da schon einen Niveauunterschied gemerkt, die Eintracht war einfach dominant und hat, und das ist für mich ganz wichtig, den nächsten Schritt einfach gemacht, weil es gab schon so oft so Spiele, die du dann halt nicht gewonnen hast, obwohl du sie hättest gewinnen müssen, diesmal hat die Eintracht sie gewonnen, 3 Punkt, 3 0, alles geil. Ja, wieder kleiner taktischer Twist, der Trainer ist wieder zurückgegangen auf das 3-4-1-2-System, hat allerdings in der Abwehr einen Wechsel gemacht, Touré, der für Abraham dann in der Startelf war und Hasebe wieder auf, nicht in der Abwehr, sondern auf der 6er-Position, also noch ein Stück weiter nach vorne und ich glaube auch, zumindest was ich so gesehen habe, Touré, ähnlich wie Hinteregger, von Anfang an drin und du hast quasi wenig Unterschied gesehen. Zeigt auch ein kleines Zeichen, wofür er eingeplant ist, also als Lacoste-Ersatz scheint er nicht zu sein, er ist wirklich ja dann wirklich so ein Typ in Dika, also klar, bei uns stehen die Innenverteidiger beim Spielaufbau auch sehr, sehr weit außen, muss man sagen, das ist schon sehr auffällig, aber vielleicht ist er wirklich so einer, wo wir uns gewünscht haben, dass er rechts und in der Mitte spielen kann, so wie Salcedo das auch konnte, aber vornehmlich dann in Endverteidigung, der hat das für sein erstes Mal super gemacht, also klar, der hat zwei ungestüme Szenen gehabt, aber ansonsten hast du gesehen, der könnte, wenn zur Not kann, der auch flanken, war jetzt auch nicht so krass gefährlich, aber er ist auch noch nicht lange da, der ist ja auch verletzt gewesen, darf man auch nicht vergessen, es geht ja nicht nur um die Integration, sondern auch um wieder komplett fit zu werden, also in dem können wir eventuell viel Spaß haben, also das ist wirklich zu wissen, dass wir diese Alternative haben, dass du dann, wenn Abraham, und überlegt euch, noch nicht lange her, was für Bauchschmerzen wir bekommen haben, wenn wir gehört haben, oh, Abraham ist verletzt, jetzt ist das, das soll jetzt nicht zu dramatisch klingen, aber jetzt ist es so eine kleine Randnotiz, ja gut, dann spielt er halt, Thoreda spielt auch gut, so, Hinteregger ballert sich rein, Bram, und was Marvin gesagt hat, ist ja genau das, ich habe in der ersten Halbzeit gemerkt, dass mich das auch hätte fast eingelölbt, so, weißt du, also auch als Zuschauer, so, du denkst, boah, nee, das nervt mich irgendwie, die Lupfer von Jovic, bla, bla, Also diese Lupfer-Geschichte in der dritten Minute, also, da musst du schon irgendwie sehr, also, wenn du da 3-0 führst, dann kannst du so ein Ding vielleicht mal machen, und selbst dann würde ich lieber das Tor machen, als versuchen, da irgendwie noch so ein Kunststück rauszaukeln. Klar, es nervt, wie Sau, es nervt mich auch, diese Arroganz geht einem mega auf den Sack, also ich glaube, es gibt kaum jemanden, der das irgendwie tolerieren kann, weil wir einfach wissen, wie die Eintracht schon so oft solche Dinge halt auch irgendwie vergeben hat, ohne das jetzt noch mal, noch mehr zu pushen, aber ey, normalerweise hättest du solche Dinge nutzen müssen, aber Fakt ist, am Ende hat, ist Jovic an allen drei Toren beteiligt, ne? Ja, das ist auch ein mega. Und das ist es, das hat Hütter doch auch gesagt, oder? Hütter hat doch auch gesagt, ja, er fand die Reaktion von Jovic auch gut, dass man nach dem Spiel kann man immer viel hadern, aber wenn man das im Spiel noch korrigiert, ist es noch besser. Und das hat er gemacht, und das muss man ihm auch zugestehen, ist noch ein junger Kerl, weil ich hoffe, das kommt jetzt nicht mehr so oft vor, kann er ja machen von mir, aber dann müsst ihr einfach halt schon 3-0 führen, dann geht das. Naja gut, wir müssen aber auch natürlich dazu sagen, wenn er das Ding, wenn er durchgegangen wäre, und das Ding wäre reingegangen, dann hätten wir auch gesagt, was eine krasse Aktion direkt von Anfang an. Also da gibt es auch immer zwei Seiten der Metallicke. es ist, genau das ist es. Also genau das wollte ich jetzt auch sagen, also wenn er reingeht, dann bin ich der Erste, der hier auf meiner Couch tanzt und sagt Jovic, Jovic, noch 10 Minuten mehr. Gut, ist aber trotzdem unnötig dann in der Situation, das allein auszuprobieren, aber dann hat Wawin es ja gesagt, die haben sich nicht einlernen lassen, sondern die haben an einem Tag, wo nicht alles glatt läuft, und wo man vielleicht mit 75 Prozent auf die Straße geht, gewinnt die Eintracht das sehr, sehr deutlich gegen völlig überforderten Gegner, auch mit einer gewissen Kälte. Also ich habe das so ein bisschen verglichen auch mit dem Stuttgart-Spiel. Als wir in Stuttgart gespielt haben, haben wir auch ein ähnliches Tor geschossen, wo Jovic war ja ähnlich frei beim 2-0 wie in Stuttgart. Ich glaube, ich war es Rebic. Weiß gar nicht genau. Ich glaube, Rebic hat dann auch so ein Kopfballtor gemacht. Die schießen so viele Tore, das kann man sich halt alles gar nicht mehr merken. Ja, auf jeden Fall. Eiskalt beendet, dann war jeder zufrieden und so ein bisschen die Tabelle auch wieder ein bisschen positiver gestellt. Also es ist, ja, diese Angst, die wir hatten, dass das jetzt irgendwie schief gehen kann, die ist jetzt so ein bisschen weg. Jetzt hast du ein Spiel gegen Hoffenheim, wo der Druck nicht ganz so krass ist, finde ich. Willst du jetzt schon direkt zu Hoffenheim weiter? Ne, lass uns nochmal ganz kurz da bleiben, denn ich denke, es ist auch immer interessant, sich den Gegner mal anzugucken. Und da finde ich es halt spannend zu sehen, die können einem ja mega leid tun. Du kannst ja viel erzählen, aber ja, wer weiß, ich bestimmte den einen oder anderen, der sagt mir, ist Hoffenheim, äh, Hoffenheim sag ich schon, Hannover irgendwie egal. Und das ist auch legitim. Ja, muss aber sagen, ich halte da, ja, ist ja gut, ist ja vollkommen okay. Ähm, ich habe die trotzdem immer noch ganz gern in der Bundesliga, halt auch, weil ich die dann ganz gerne mal schlage oder so und das ist eine nahe Distanz, du musst nicht so lange fahren. und, ähm, ich sehe da halt gar nichts, ne? Du bäumst dich in der ersten Halbzeit so ein bisschen auf, bist einigermaßen präsent, wach, aber wartest dir sogar Chancen. Ich muss auch sagen, äh, ein Esser ist ein richtig guter Torhüter. Auch unser Müller, der da ausgeliehen ist, hat eine ganz gute Partie gemacht. Schwegler probiert viel, ohne dass jetzt wirklich viel gelingt. Also, da sind so viele Baustellen, aber Dinge funktionieren nicht hundertprozentig. Ein weiterer ist, ich finde den Typen mega geil. Ob das ein Bundesligastürmer ist, da muss man halt noch abwarten, das ist vielleicht auch nicht ganz klar gesagt, ja? Philippe kretscht rein, als gibt es kein Überbruch mehr. also ganz, ganz ehrlich, also, ja. Dieses erste Ding, da keine gelbe Karte zu geben, also ganz ehrlich, selbst wenn der den Ball noch erwischt hat, aber der ist mit so einem Vollspeed da von der Seite, in Haller rein, also der hat da alles billigend in Kauf genommen, dem war das sowas von egal, da keine gelbe Karte zu geben, sondern das Ding laufen zu lassen, das kann ich nicht verstehen. Kann ich verstehen. Ja, und dann, damit wäre er bei der zweiten gelben Karte, die auch mindestens genauso prächtigt, war halt einfach vom Platz gewesen, und es wäre, er hätte sich in keiner Sekunde beschweren dürfen, in keiner Sekunde. Da rege ich mich drüber auf. Mann. Das sehe ich auch schon. Ich war als Hannover, ich weiß nicht, Mann hat es ja gesagt, die waren ja zumindest in der ersten Halbzeit so ein bisschen bemüht, das reicht aber auch nicht. Ich glaube, da ist zu viel. Nein, das ist, die spielen leider, wie wollen Sie sagen wollen, die spielen halt leider wie ein Absteiger. Also, die probieren viel, die machen viel, aber das ist halt nicht von Erfolg gekrönt, und das wird wahrscheinlich sich auch nicht mehr großartig ändern. Es kann sein, und die haben jetzt die Big Points vor der Tür, da gibt es noch einige Spiele gegen die direkte Konkurrenz, ich glaube, die spielen bald gegen Stuttgart, wenn sie da die Punkte holen, das reicht dann fast auch schon sogar, also, wenn die untereinander halt, wenn du gegen die Mannschaften, gegen die du halt da unten stehst, wenn du da die Punkte holst, dann hältst du irgendwie, glaube ich, die Klasse, also deswegen hat Hannover noch eine Chance, ist vielleicht jetzt auch gar nicht so dramatisch, wenn wir das gegen uns verloren haben, aber, ansonsten ist da echt noch wenig zu holen. Ja, die spielen direkt am nächsten Sonntag 15.30 gegen Stuttgart. Topspiel. Ne. Das, was danach kommt mit Wolfsburg gegen Bremen, ist jetzt aber auch nicht viel besser, also von daher. Ja, aber man muss ja sagen, also das ist dramatisch, wenn ich Köln-Fan wäre, ich habe es ja auch auf 3.1 gesagt, würde ich mich sehr aufregen, weil diese dramatische Kölner Saison, die wäre nicht mal letzter jetzt, weil es mittlerweile drei Kölner, vier Kölner sogar mit Augsburg, sehe ich jetzt auch noch dazu. Also das ist schon dramatisch, das ist dramatisch schlecht, was da unten sich tummelt. Und ich habe mich ja hier auch schon mal beschwert. Das ist auch nicht zum Vorteil von Eintracht, weil dann viel mehr Punkte in dieses breite Mittelfeld gespielt werden und dann dafür sorgt, dass wir in diesen, ich habe es bei Fußball 2000, Plassel-Club-Sandwich reingedrückt werden. Ein bisschen ärgerlich, weil wir eine geile Saison spielen, aber dann werden wahrscheinlich Mannschaften, die einfach von der Tore aus mehr Geld, als wir haben, uns vielleicht auf langer Strecke mit ihrem besseren Kadern einfach irgendwie noch überholen. Und das finde ich doppelt ärgerlich, weil ich sowieso nicht viel für diese Vereine übrig habe. Größe. Ja, das stimmt schon. Also da wird wieder einiges an Punkte eben in dieses Mittelfeld, in der Liga, in den nächsten Spielen irgendwie reingespült werden. Das zieht sich jetzt in den nächsten Wochen gnadenlos so durch, wenn ich mir das hier so angucke. Ja, das ist unschön. Aber gut. Dann war da noch diese Geschichte mit der Haller-Auswechslung, wo viele irgendwie auch gesagt haben von wegen, ja, nee, geht nicht und warum und dies und das. Ich glaube mal, wenn du hattest es bei Fußball 2000 gesagt, und da sind mir eindeutig zu viele Analogien zum Fußball 2000 hier gerade drin, dass das natürlich auch zeigt, wie sehr Haller einfach noch das Tor gewollt hätte und da wären ja durchaus noch Chancen irgendwie drin gewesen. Ich glaube, der hat einfach auch einen sehr, sehr schwierigen Stand, weil er halt einfach wirklich, dadurch, dass er derjenige ist, der immer diese langen Bälle bekommt und die da vorne festmacht, immer so dermaßen eins auf die Knochen kriegt und dass du dann irgendwie sauer bist, wenn du dich, wenn du da nicht noch irgendwie einen Profit für dich irgendwie rausziehen kannst, ist, glaube ich, absolut normal. Ja, maybe, kann sein, aber der ist halt auch einfach geil auf Tor. Also der hat halt Blut geleckt und das ist ein Vollblutstürmer und den musst du halt zu seinem Glück zwingen und auch mal ist, vielleicht ist sein Glück auch einfach mal, dass er mal ein bisschen low macht und halt mal ausgewechselt wird und mal ein paar Minuten eine Auszeit bekommt, aber das zieht er halt in dem Moment nicht ein, das ist doch total geil. Ich bin so froh, dass ich so Spiele haben will, so Spiele habe, die die gar nicht raus wollen, die du rauszerren musst, damit die irgendwie mal ein bisschen Auszeit bekommen, weil das zeigt, wie gerne die Teil dieses Teams sind und es bekommt auch ein Profitrainer, wie Uetha, bekommt das hin, der macht es da jetzt nicht verrückt, der wird mit ihm reden, der wird sagen, ja, mach mal halblang, du weißt, wie es ist, bekommst du auch wieder deine Chancen und das Problem ist ja halt auch, was heißt Problem, aber er spielt halt nicht mehr regelmäßig, manchmal sitzt er auch auf der Bank, er ist trotzdem für mich einer der wichtigsten Spiele, aber es gibt halt eine Rotation und dann versucht er sich halt durch diesen, dadurch, dass er halt nicht jedes Spiel, sag ich mal, durchspielt und er weiß es auch, aber noch mehr zeigen, ich bin der Herr im Haus und ich finde das geil und ich will da echt, also das Letzte, was ich hier wollen würde, ist ein Problem heraufzukonstruieren, das können wir nicht brauchen und man muss auch echt die Kirche im Dorf lassen. Ja, war doch auch die erste Reaktion, die erste Reaktion war doch okay, die haben noch miteinander geredet, also alles gut. Also Trainer und Spieler und ich glaube, Haller ist der Letzte, der uns Stress machen wird, also von daher. Nee, der wird keinen Stress machen, der war halt an dem Moment einfach ein bisschen angefressen, ich habe das kann er, ist auch okay, wenn man das an der Stelle dann halt auch einfach mal sagt, ich denke, Hütter ist in der Lage, das zu moderieren und Haller ist da jetzt auch, wie er schon sagt, kein Stinkstiefel, also das ist. Wir haben auch gar keine Zeit, Leute, die Aufgaben sind nicht leichter. Ja, mir ist es lieber so, als dass es dann irgendwie in so einem 5-Minuten-Sonderbericht bei Datzen oder irgendwas gibt, was sich der Spieler nicht auswechseln lässt. Sieht man ja in anderen Ligen. Neuch. Jut. Grüße. Grüße an Herrn Kepa. Ja, ich glaube, damit ist dann Hannover in allen Belangen durch. See you next year, zweite Liga. Ja, und dann blicken wir jetzt mal nach vorne. Das war schon fies. Also ich wünsche ja echt einigen Vereinen die zweite Liga, aber da muss ich echt sagen, da bin ich vielleicht ein bisschen pinzig und das werde ich auch jetzt nicht nochmal ansprechen. Ich hasse diese Absteigerrufe, ohne Mist, weil ich das echt schon oft genug selbst erlebt habe, wie es ist, wenn man selber absteigen muss. So Absteigerrufe finde ich echt schon mega kacke. Ja, ist es auch, aber ich hätte vielleicht sogar an der Stelle sogar noch so ein bisschen vielleicht die Hoffnung, dass dadurch, dass es mal so einen ordentlichen Ruck gibt durch diesen Verein und gewisse Menschen, die da eigentlich irgendwie in diesen Führungspersonen nicht hingehören, vielleicht auch da einfach mal dann rausgeschüttelt werden. Könnte ja auch sein. Tja, da ist der Wunschvater das Gedanken, aber ich kann es natürlich nachvollziehen. Gut, dann kommen wir jetzt trotzdem zu Hoffenheim, die unser nächster Gegner sind, am kommenden Samstag 15.30 Uhr zu Hause. Damit sind wir, glaube ich, jetzt angekommen in dem von Basti angesprochenen mittleren Segment der Liga. Hoffenheim aktuell auf Platz 8. Ist jetzt, glaube ich, auch nicht so der, ja, wohl sind eigentlich schon, ja, Wunschgegner vielleicht nicht, aber ist jetzt auch so ein bisschen, ja, ich weiß nicht, ja, unkritisch, weil so richtig solide war jetzt Hoffenheim in den letzten Spielen zumindest, was ich so teilweise gesehen habe, auch nicht. Also die sind, glaube ich, doch, also Punkt, also die haben in Leipzig schon lange geführt. Die sind schon ganz gut, die haben irgendwie mal so komische Dellen drin, aber das ist eigentlich ein Gegner, der sogar so ein bisschen über uns steht, finde ich. Also so vom, 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 ja, wie soll man es nennen, nicht vom Spielerischen her, aber so ein bisschen, ich glaube, was die Ambitionen angeht. Ich glaube, ich glaube, dass die wirklich, die kommen ja aus der Champions League, also das ist ja, wie gesagt, und die wollen wieder in den europäischen Wettbewerb. die haben auch, und wenn, auch wenn uns immer was anderes erzählt werden will, die haben auch mehr Geld als wir. Also das heißt, wenn die einen Spieler von uns haben wollen, können die den eventuell auch haben, haben wir in der Vergangenheit oft erlebt. Die haben ein bisschen, die schlafen immer so ein bisschen ein, was wahrscheinlich auch in diesem hoffenheimen Umfeld liegt. Also was wir jetzt gesagt haben, was bei so ein paar Prozent bringt, das haben die halt gar nicht. Also da, 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 das hat man ja gesehen. Dieses Stadion in Leipzig, das war ein Trauerspiel, wie das da ausgesehen hat und der Gästeblock sowieso. Das ist einfach, ja, aber das heißt nicht, dass die keine Qualität haben. Die können schon gut spielen. Nagelsmann trainiert die auch bei allen Merkwürdigkeiten, die er so mit sich trägt. Das ist ein unangenehmer Gegner. Gegen die sind wir meiner Meinung nach zu Hause auch nicht favorisiert. Also es ist ein offenes Spiel und allem Hinspiel waren wir schon ein bisschen unterlegen, obwohl wir gewonnen haben. Es ist aber trotzdem ein Gegner, der natürlich viel besser als Hannover ist, der uns aber auch die Möglichkeit gibt, die jetzt wirklich mal richtig auf Distanz zu halten. Also auch mal so ein Ausrufezeichen zu setzen. Zu Hause in Hannover zu gewinnen, würde echt ein gutes Zeichen setzen, auch an Hoffenheim selber und auch an die anderen, die um uns rum sind. Ja. Zu sagen, mit uns müsst ihr hier auch rechnen und nicht nur wir müssen nach euch schauen, sondern ihr müsst uns auch mal ein bisschen angucken. Und dafür ist dieses Spiel ideal. Also es ist jetzt kein Spiel, wo wir sagen, oh Gott, da müssen wir gewinnen, sonst kippt die Stimmung. Aber es wäre ein Spiel, was uns so ein bisschen in eine andere Dimension in der Rückrunde bringen könnte, finde ich. Ja, es ist halt so, dass die Hoffenheimer echt ein Sammelsurium richtig guter Kicker sind. Ja, da von Kader Barek und halt Krilic, Demir Bayer und so weiter und so fort. Ihr kennt es ja alle, Belfodil, Kramaric sind alles anstrengend, schwierige Spieler auch. Aber die Eintracht hat ja auch schon gezeigt, dass sie es kann. Und ich glaube, wenn du die Möglichkeit hast, hier drei Punkte mitzunehmen, dann ist es genau das, was Basti sagt. Dann kannst du nochmal in andere Kategorien gehen. Ja klar versucht Hoffenheim auch sich wieder europäisch, also festzusetzen, zu qualifizieren. Aber wenn wir zu Hause gewinnen und das ist eine riesen Chance, dann haben wir uns davon erstmal abgesetzt. Dann können die erstmal sehen, wo die bleiben. Und dann kommen die auch nicht mehr, vielleicht nicht mehr ganz so leicht ran. Und das Ding ist, die spielen halt in einem System, was komplett schwer auszurechnen ist, wo ich auch nie genau weiß, okay, alles klar, was bitte als nächstes kommen, weil Nagelsmann sehr fluid ist, um es mal so zu sagen. Kann denen aber vielleicht auch mal ein bisschen über den Kopf wachsen und die letzten Ergebnisse waren wie gesagt in Ordnung, da fehlt der letzte Kick, aber den müssen die ja nicht ausgerechnet gegen uns holen. Es gibt andere interessante Teams, die da auch irgendwie landen könnten, wie zum Beispiel die Eintracht und eine erneute Requalifikation europäisch kann ich mir da sehr gut vorstellen. Aber dafür muss halt der nächste Dreier her, gegen Hoffenheim. Ja, das ist ein spannendes Spiel, was so ein bisschen, ja, das so ein bisschen noch ins Hintertreffen geraten ist zwischen dieses A, Europapokal-Euphorie, B, diese Aufregung und Beuth. Aber ich hoffe, dass die Mannschaft das alles ausblendet und sich wirklich darauf fokussiert, weil es, wie gesagt, falls man die Ambitionen für diese, wie Marvin so schön gesagt hat, Requalifikation hat, dann kann man da zumindest ein wichtiges Zeichen setzen, weil die Gegner danach werden nicht stärker. Also Hoffenheim ist jetzt nochmal so ein kleiner Berg, den du erklimmen musst und dann kommen ein paar Gegner. Die kann man an einem guten Tag schon schlagen, wie wir jetzt in Hannover gesehen haben. Oder auch an einem nicht so ganz guten. Also von daher, wäre schon ganz geil. Ja, vielleicht liegt es auch daran, dass ich das Spiel so ein bisschen anders bewerte, weil es halt, wie du schon so richtig sagst, es ist in der Tat gerade so ein bisschen bei all den Geschehnissen bei uns ja, so ein bisschen untergeht. Und ich auch dazu sage, dass ich das Montagsspiel gestern nicht gesehen habe, weil erstens Montagsspiel und zweitens zwei Vereine, die mich nur bedingt bis gar nicht interessieren. Ja, ja, also, ja, ist ja auch ein Scheißspiel, ganz ehrlich, was soll denn diese Kacke? Also diese ganzen Rottspiele da, meine Fresse. Daran erkennst du auch wieder die Schwäche der Bundesliga zum Teil, ne? Ja. Leipzig, TSG, Leute, geh doch weg, ey. Ganz ehrlich, ich verschwende eine Sekunde daran, wirklich darüber nachzudenken, mir dieses Rottspiel anzugucken. Nein, never, whatever, ohne Scheiß, da sitze ich lieber irgendwie in der Notaufnahme oder was weiß ich, oder so. Jesus. Nein, aber ich gucke mir doch so ein Scheißspiel an, das interessiert mich nicht. Das hat nichts mit Fußball zu tun, also ohne Scheiß. Und das ist auch jetzt wieder für uns, das ist, für mich ist das Samstagspiel jetzt erstmal geil. Übrigens, Grüße an den Chancentod, der eben gerade geschrieben hat, dass der Kader Barak, den ich eben angesprochen habe, dass der, dass der gesperrt ist. Hier gesperrt ist. Also insofern, umso besser, das heißt, ein großer Spieler, ein qualitativ hochwertiger Spieler kann ich, also umso besser für uns. Aber für mich ist der Samstag jetzt einfach geil, weil wir endlich mal wieder in der Woche Zeit hatten, die Mannschaft hat in der Woche Zeit, sich zu regenerieren und kann jetzt den nächsten großen Schritt machen, weil das sind alles potenzielle Sechs-Punkte-Spiele, die, wenn du die bestreitest und wenn du die gewinnst, dann kannst du dich da so ein bisschen absetzen. Aber für mich ist der einzige Ansatz, zu sagen, irgendwie da hinzugehen, halt, weil es ein schöner Samstag ist und der Gegner ist für mich machbar und dann bin ich froh, dass ich nicht nochmal gegen Scheißhoffenheim spielen muss, weil das halt auch einfach, mich nervt das. Was soll das denn? Und manchmal ist es vielleicht mal ganz gut, wenn ihr nicht immer nur so, so krasse Tafelspiele hast, aber da ist eigentlich normalerweise schon ein ganz guter, Hannover schon ein ganz guter Puffer, aber da brauche ich nie noch Hoffenheim oder diese scheiß Leipziger. Das ist für mich halt alles nix und ich würde wirklich keine Sekunde damit verschwenden, an den Gedanken allein, mir irgendwie solche Spiele zwischen diesen beiden Plastikklubs anzugucken. Also dann echt unerkannt, da fällt mir viel ein. Ich bin auf jeden Fall froh, dass wir die von Marvin angesprochene ganze Woche Pause haben, das ist auch als Fan mal ganz wichtig, das ist ja nicht nur für die Spieler Doppelbelastung, sondern auch für uns sowohl finanziell als auch körperlich und die Spieler haben jetzt auch mal, glaube ich, zwei Tage frei gehabt, so ein bisschen runterzukommen und dann kann man mit voller Kraft gegen Hoffenheim sich messen, was ja für die Spieler auch interessant ist, zu sehen, okay, wo stehen wir halt? Sind wir wirklich ein Feind, der sich in diesem Bereich da messen kann oder reichen die Kräfte nicht, aber ich bin da untypischerweise ziemlich zuversichtlich, dass es zumindest drin ist, dass wir die auch weghauen. Also von daher, wäre doch geil. Weiß ich gerade nicht, ob ich mich darüber freuen soll, dass du das optimistisch siehst oder ob das eine pure Angst auslösen soll, Basti. Ich bin auch, ich fahre gerade ein bisschen runter, ich bin jetzt einfach mal ein bisschen grundoptimistisch. Ja, dann musst du wieder ein bisschen summen. Das liegt wahrscheinlich auch daran, dass ich keine Angst habe, selbst wenn wir das verlieren, ist noch nichts passiert. Also von daher. Ja, aber wenn Punkte, dann hätte ich dann schon gerne die volle Ladung Punkte da und alles andere fände ich dann jetzt auch irgendwie unbefriedigend an der Stelle. Ja, wir werden es sehen. Wir werden es sehen. Was für eine Aufstellung werden wir denn sehen, die Herren? Ja, jetzt kommen hier die schwierigen Fragen. Jetzt ist hier ja vorbei mit lustig. Also Trapp im Tor, den gebe ich euch jetzt schon mal, da wäre der wahrscheinlich von allein nie drauf gekommen, aber jetzt den Rest, das müsst ihr jetzt machen. Oh, Kostic, da Kosta gehe ich von außen. Ja. Dika. Hinteräger. Glaube ich auch. Und was machen wir? Touré wieder raus, Abraham rein, ne? Würde ich auch denken. Hasebe wieder auf die 6 vielleicht sogar tatsächlich. Hasebe wieder auf die 6. Ja, mit Rode zusammen. Mit Rode. Das scheint ja so auch ganz ordentlich funktioniert zu haben. Ja. Ja, und ich würde, ja wahrscheinlich, keine Ahnung, ich würde wahrscheinlich ihr Alarm mal wieder rausnehmen, Rebic nach vorne, dafür Gacinovic nach hinten. Ja, das sind wahrscheinlich wieder die Gedankenspiele, die die Hütter kriegen wird, dass so ein bisschen jetzt Hoffenheim, Inter, und wer kommt danach? Fortuna. Genau. Ich war gerade überlegen, ob erst Düsseldorf oder erst Nürnberg, aber wir müssen erst Düsseldorf sein, ja. Wahrscheinlich werden wir genau in den drei Spielen in ähnliche Rotationen sehen wie bei den Donetsch-Spielen. So immer zwei, immer zwei von den dreien und im Wechsel und am Ende vielleicht dann wieder alle drei, so in der Art. Ja. Aber das ist doch geil, dass wir vorne wechseln können, nur wer weiß, vielleicht werden eure Wünsche erhört und vielleicht spielt in Düsseldorf dann ein paar Centia mal von Anfang an. Also von daher, der wird ja auch langsam eingeführt. Könnte auch ein ganz gutes Spiel für ihn als Einstieg sein. Ich würde in der Tat auch bei dem Spiel jetzt schon eher Haller drin lassen und Rebic die Pause gönnen, ist jetzt aber auch eher so, ja, ich kann mit beidem leben. Aber ich habe gerade so ein bisschen mehr das Gefühl, dass Haller gerade ein bisschen, auch gerade nach der Geschichtsläbe gerade eben ja angesprochen hat gegen Hannover, so ein bisschen motivierter ist, da Tore zu machen und die Motivation habe ich bei Rebic stellenweise in den letzten Spielen immer mal so momenteweise nicht gesehen. Das hat mich ein bisschen gestört. Am Ende sehen wir alle drei. Also das ist das, was ich am entspanntesten sehe. Wir haben ja im Mittelfeld auch noch die ein oder andere Alternative, dass vielleicht die Guzman mal die Chance kriegt, aus seinem Form tief rauszukommen. Also ich bin ganz froh, dass die Eintracht es wirklich geschafft hat, so ein bisschen Breite reinzukriegen. Wir haben es ja auch schon angesprochen. Mit Hasebe hast du halt dann auch, also eigentlich durch Hinterecke, aber dann dadurch, dass Hasebe vorrücken kann, auch so eine kleine Alternative da auch. Weil Fernandes ist ja auch noch da. Wie lange ist der noch weg? Der ist auch nicht mehr so lange weg, oder? Ich weiß jetzt nicht genau. Auf jeden Fall wird er auch bald so wieder eine Alternative, glaube ich. Dann kannst du da und hast die Guzman auch noch Rohrlaub ja angesprochen. Also so ein bisschen da durchwechseln. Ich glaube halt, das System wird nicht großartig geändert, sondern das wird dieses 3-4-3, will ich es jetzt mal nennen, was wir die meiste Zeit spielen. Wie das dann ausstoffiert ist, wird wahrscheinlich wirklich davon abhängen. A, wer dann in dem Moment taktisch besser passt, was Hütter sich ausdenkt und ja, dann dadurch im Heimspiel gegen Mailand vielleicht so ein bisschen durchgerotiert und dann in Düsseldorf. Also von daher. Und nach Düsseldorf spielen wir direkt auch wieder in Mailand. Also das werden vier Spiele, wo wirklich so ein bisschen durchgewechselt wird. Wie das dann anfängt, die Rotation, das weiß ich nicht, aber bin da eigentlich frohen Mutes, weil ich jetzt keine Position habe, wo ich richtig, richtig Angst habe. So muss ich sagen. Nee, in der Tat nicht. Im Gegenteil. Es ist sogar für uns jetzt gerade, um eine Aufstellung vorherzusagen oder eine Schätzung abzugeben, sogar bedeutend schwieriger geworden, weil wir einfach so viele Auswahlmöglichkeiten gerade haben. Das ist ... Beschreiten Sie es nicht. Irgendwann verletzen sich wieder alle und dann guckst du. Ich klappe auf Holz. Ich habe nichts gesagt. Ich schneide das raus. Das hat niemand jemand gehört. Niemand. Was tippt der denn? Basti. Tipp 2-2. So viel zu dem Thema optimistisch. Ja, who cares 3-1. Vielleicht auch 4-0, wir wissen es nicht. Marvin. 2-0. Sehr spannender Tipp. Ja, aber er ist der richtige. Sagst du. Weiß ich. Wenn du das weißt, dann glauben wir dir das mal. Ich will weiter. Ich will weiter. Ich will weiter das Glück erfahren. Ich will weiter sehen, dass die Eintracht ein ums andere mal punktet, ordentlich punktet. Und hey, wir können an diesem Wochenende schon den Klassenhalt sicher machen. Stimmt. 40 Punkte. Ja, ich meine, ganz ehrlich, überleg doch mal, wie lange wir gezetert, gewartet, gehofft haben in den vergangenen Jahren, dass wir irgendwann auf diese scheiß 40-Punkte-Marke kommen. Wie schwierig das war und wo wir gedacht haben, oh, jetzt wird es aber langsam mal Zeit. Oh Gott, jetzt sind wir beim 33. oder beim 31. Spieltag. Jetzt müssen wir mal die 40-Punkte klammern, damit wir nichts mehr damit ganz unten zu tun haben. Leute, wir sind einen Spieltag potenziell davon entfernt, drei Punkte. Und wir haben erst den 23. Spieltag. Da sehen wir mal, was wir eigentlich für eine geile Saison bislang hatten. Und was für eine Entwicklung der Verein in den letzten Jahren genommen hat. Genau. Und ich denke, das würde ich auch mega feiern. Also erstmal hier am 24. Spieltag oder so, dann erstmal 40 Punkte klar machen. Das ist nicht selbstverständlich. Und ja, ich sehe das einfach positiv und ich glaube, gegen diese Scheiß auf einmal geht was. Das ist ein mega langweiliger Kackverein. Nerven die mich. Allein dieses Logo. Alter, ohne Scheiß, das sieht aus wie drei Minuten in Paint zusammengewurschtelt. Ja, ohne Mist. Leute, Leute, Leute. Ich habe in Paint schon schönere Dinge gemacht. Was? Ich habe in Paint schon schönere Dinge gemacht. Ja, aber das ist halt wirklich, ne, dieses Logo allein. Irgendwann, wenn du Anstoß gespielt hast, hatten die leider die Lizenz nicht. Dann hast du irgendeinen so einen komischen Verein bekommen. Und das war dann die TSG Hoffenheim. Viel Spaß damit. Und die werden, ich werde die niemals respektieren können. Das ist für mich wirklich, ach Gott, oh Gott, hoffentlich einfach drei Punkte und weg damit. Da freue ich, da war ein Vergleich, wie ich mich dann darauf freue, gegen Fortuna Düsseldorf anzutreten, weil das irgendwie ein Verein so mit einer Seele ist, wo du auch Leute kennst außerhalb dieses künstlich aufgepabbelten Kackvereins da aus Hoffenheim, sondern wirklich auch sehr Typen und so weiter und so fort. Und die gehen dir dann auch auf den Sack, die Düsseldorfer. Oft genug, kann ich mir auch noch dran erinnern, aber da kann ich mich wenigstens reiben. Aber nicht diese menschgewordene Plastikscheiße da. Sorry, tut mir leid. Ich würde ganz gerne ein richtiges Fußballspiel sehen. Ja, ich kann das voll und ganz Hätte ich mich wahrscheinlich mal ein bisschen in Contenance üben sollen, aber das macht das Antibiotika mit mir. Ja, aber ganz ehrlich, wir wären nicht der Eintracht-Podcast, wenn wir uns hier immer in Zurückhaltung üben würden. Naja, du weißt doch, jetzt eskaliert es doch wieder. Jetzt kommen wieder die fünf Hoffenheimer und ärgern sich, dass ich das Band der Fanfreundschaft zerschnitten habe. Ich glaube, die Hanni nicht zu ich glaube, da brauchst du im Gegensatz zu Nürnberg keine Angst haben. Nürnberg haben wir Kuscheloffensive mittlerweile. Mag dir. Gut. Dann, bevor sich Marvin hier weiterhin um Kopf- und Freundschaftsbänder redet, würde ich sagen, kommen wir zur nächsten Kategorie und das ist folgende. Danke, danke, danke sehr. Aber es ist dann auch wie im richtigen Leben, jede Kopie ist leider nicht so gut wie das Original. Ja, und auch diese Woche haben wir wieder einiges an Nominierten hier auf der Liste und wir müssen natürlich erstmal auflösen, wer letzte Woche denn das Rennen gemacht hat. Und da hatten wir wieder einiges an Nominierten und ich lese jetzt einfach direkt die drei Gewinner vor. Auf Platz 3 mit 16,5% die von Marvin nominierten Flacherdler. Auf Platz 2 er konnte seinen Titel nicht verteidigen. Die Verteidigung von Dave denn nominiert Ralf Rallrangnick für seine Aussage zur starken Verbindung zwischen Mannschaft und Fans und auf Platz Nummer 1 mit 27,1% Matthias Stach der beim Werfen der Papierkugeln im Spiel Nürnberg gegen Dortmund von Radale und unerträglichen Szenen gesprochen hat. Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Glückwunsch Herr Stach. Und dann machen wir weiter mit den Nominierten. Und der erste Nominierte ist jetzt nicht so schwierig hier vorher zu sagen, weil er gefühlt irgendwie von all unseren Hörern genannt wurde. Es ist der von uns sehr geschätzte Herr Innenminister Peter Beuth für alles das, was er letzte Woche, die letzten Tage und auch in den Wochen davor einfach so von sich gibt oder tut oder macht oder was auch immer. Und ich würde mich auch dieser Nominierung von vornherein schon mal anschließen. Ich würde fast denken, brauchen keiner dann mehr, oder? Ja, es gab halt noch Nominierungen, auch wenn sie aussichtslos sind, aber ich finde, es hat uns gerade auch jetzt noch mal zusätzlich, ich hatte es davor auch schon gesehen, aber wer war das, der uns das gezeigt hat? Der Weilan bei Twitter, vielen Dank dafür und zwar hat er uns darauf aufmerksam gemacht, dass Thomas Tuchel im Jahr 2017 kein so wirklich glückliches Händchen hatte, als es darum ging, sich mit Spielern auseinanderzusetzen, seines Vereins damals noch BVB und er soll unter anderem gesagt haben, mit diesen Weicheiern soll ich die Bayern schlagen und da hat er seine BVB-Spieler genannt. Also man kann ein längerer Beitrag, aber man kann schon erahnen, warum eben jener Tuchel ein äußerst schwieriges Verhältnis mit seinen Spielern zum Ende seiner Wirkungszeit dort hat. Ich finde ihn auch immer noch mega unsympathisch. Hier ist so ein Typ, der könnte auch direkt bei Hoffenheim Anfang. Grüße. Ich traue dem Braten auch nicht, ich habe da auch viele Diskussionen mit Leuten gehabt, die sagen, ja, aber in Paris ist er doch voll locker geworden. Ich glaube, ich traue dem nicht, der hat so einen merkwürdigen Blick, der ist so aufgesetzt, also der probiert locker zu sein, aber eigentlich ist er es nicht. Er probiert das sehr, sehr, weil er, glaube ich, auch intelligent genug ist und das ist, glaube ich, ein großes Fund. Er ist intelligent genug, dass er weiß, dass es gut ankommt, wenn er so tut, als wäre er locker, weil eben das nicht so rüberkam. Das heißt aber nicht, dass er locker ist, sondern er tut nur so, weil er weiß, dass das zu seinem Vorteil ist und deswegen, ich traue dem auch nicht. Ich finde das sehr unsympathisch, den Zeitgenossen. Aber gut, ist ja jetzt weit weg. Ich wünsche ihm trotzdem viel Erfolg. Muss ihn ja nicht mehr so oft sehen. Ja, nee, nee, also das auf jeden Fall, also einer hat nur eine Nächste tun. Ich glaube, es hilft aber, dass er selbst auch eine andere Sprache sprechen muss. Ja, schwieriger, schwieriger Charakter. Ich bin jetzt gerade ernsthaft am Zweifeln, ob wir uns nicht einfach alle anderen Nominierten für diese Woche schenken sollen und die einfach nach nächster Woche schieben. Ich glaube, das wäre fairer. Mach das mal. Ich wollte Tuchel sowieso nur erwähnen, weil ich einfach mal wieder ein bisschen grollen wollte. Insofern. Dann, liebe Hörerinnen und Hörer, gehen eure Nominierten nicht verloren, sondern wir schieben sie einfach in die nächste Woche und ernennen den Herrn Peter Beuth diese Woche zum Dummschwätzer. Ehrenhalber, ich glaube, die goldene Nadel hat er sich verdient. Und dann kriegt er nächste Woche wieder was zum Abstimmen. Dann ist es vielleicht auch einfach fairer. Und wer weiß, vielleicht gibt es da noch den ein oder anderen ganz tollen, das das eine oder andere ganz tolle Ding, was da irgendwie rauskommt. Und dann machen wir weiter mit unserer guten Tat der Woche. Die gute Tat der Woche. Geben wir alles zu Hause in unserer Familie, in unserem Umfeld, im Berufsleben, damit unsere Welt besser wird. Er ist ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Das ist, glaube ich, das Wichtige, dass wir miteinander respektvoll umgehen müssen. Seid nett zueinander und habt euch lieb. Ja, dann haben wir hier schon zwei gute Taten stehen und vielleicht habt ihr auch noch das eine oder andere. Und das eine hatten wir vorhin schon erwähnt. Und zwar sind es diese ganzen Solidarisierungsplakate, die an dem Wochenende in den anderen Stadion aufgehängt wurde. Da waren auch sehr kreative und schöne Dinge mit dabei. Großer Fan bin ich übrigens von dem Dresden-Plakat. Das Dresden-Ding war echt gut. Gab es nicht auch irgendwie noch mal ein offizielles Statement der Fanabteilung von Dortmund? Hatte ich da nicht auch was gesehen? Ich meine, da hätte es auch noch mal irgendwie was oder von irgendeiner Fanvereinigung von Dortmund gesehen, die auch noch mal quasi den, ne genau, BVB-Fanabteilung. Wir unterstützen die Kollegen und teilen die Stellungnahme der Fan- und Förderabteilung Frankfurt. Also nicht nur auf Fan-Ebene, sondern auch von den anderen Vereinen aus bekommen wir da Unterstützung. Das finde ich sehr, sehr großartig und ist, glaube ich, zu Recht eine gute Tat der Woche. Und dann haben wir noch etwas geschickt bekommen von unserem Hörer Tobias. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, da bin ich fast, vom Stuhl gefallen und zwar möchte er an dieser Stelle darauf hinweisen, dass ein gewisser Uliha aus M im Doppelpass am Wochenende so einen kleinen Anflug von Reue gezeigt hat und gesagt hat, dass diese Pressekonferenz ein Fehler war. Ich glaube, er hat danach dann noch irgendwie den Nachsatz gesagt, wir hätten das nicht vor der Presse machen sollen, was das Ganze wieder so ein bisschen relativiert. Aber doch ein kleiner Anflug von Reue und Selbstkritik und er muss wohl auch gesagt haben, dass diese Montagsspiele alle wenig Sinn machen und dass die eigentlich auch wieder weggehören. Ja, sieht man ja auch, finde ich, weil die nicht angenommen werden und das diesen Selling Point gar nicht bringt, den die Sender sich hoffen. Du hast ja dann gar kein heißes Montagsspiel, wo du denkst, geil, das kannst du präsentieren und dadurch irgendwelche Abos verkaufen. Hast du ja nicht. Was zeigst du denn da? Marvin hat es ja vorhin gesagt. Dann zeigst du ein leeres Leipziger Stadion, wo zwei Vereine spielen, für die sich kein Schwanz, keiner interessiert, keiner und hast dann solche Bilder, wo einfach nur, weiß ich nicht, da spielen zwei Mannschaften vor grünen Sitzschalen. Die grünen Sitzschalen zahlen dir aber, glaube ich, nicht genug Eintritt, weiß ich nicht, die sind ständig da. Und das ist bei den anderen ja auch so gewesen. Entweder hast du Proteste, wo dann der Kommentator sich auch aufregt und dadurch machst du dein Produkt ja auch unattraktiv, weil das erträgt ja keiner. Weil wir in Leipzig spielen, war es ja so, hatten wir da nicht Christian Ortlepp auch irgendwie, der war auch dabei. Oh ja, 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 großartig. Ich weiß gar nicht, warum mir Tennisbälle geworfen werden. Ja, Digga, dann informier dich halt. Und Stach erzählt irgendwas Schlimmes. Also das sind ja dann Sachen, das ist ja für den Zuschauer auch nichts Angenehmes, wo er sagt, ach Gott, der hat euch gerne fünf Euro, um mir ständig sowas anzuschauen. Ich hoffe auch, dass dann daraus gelernt wird und das zeigt trotzdem Leute, egal wie nervig das für manchen irgendwo ist und egal was für Diskussionen, wie auch hatten vor dem Leipzig-Spiel hier in Frankfurt, das es ja dann zum Nachteil der Mannschaft ist, Blablabla, Proteste müssen halt manchmal sein, damit irgendjemand auch merkt, blöd, weil ich nicht glaube, dass es einen Gegenprotest gibt von Leuten, die auf der Couch sitzen und sagen, ich will jetzt aber Fußball schauen, wenn nicht, habe ich ihn noch nicht mitbekommen. Genau. Ist ganz wichtig. Dieser Protest ist ganz wichtig und ansonsten, ich meine, das wird ja auch bald abgeschafft, die Montagsspiele und das hat schon seinen Hintergrund. Ansonsten hätten wir gerade so ein Spiel wie Hoffenheim gegen Leipzig irgendwie ein kleineres Stadion auch mal verschieben müssen, irgendwie so mit 5000 Leuten oder so. Vielleicht wäre das auch mal eine Möglichkeit. Wir beleben denn, wir beleben, wir beleben die Probleme-Region wieder. Wir gehen jetzt, was weiß ich, nach so kleine Orte oder so, was weiß ich, nach Vechta oder so, keine Ahnung, was da passiert oder Leute, die kein Profifußball haben, so ganz, so Orte gibt es ja einige, ne. Vielleicht irgendwie, auch vielleicht mal in Brandenburg mal wieder vorbeischauen oder so. Vielleicht wäre das so, wir touren mit unserem Montags-Problem-Spiel eigentlich durch die Region. Ich finde es aber auch wichtig an der Stelle, auch wenn das Thema mit den Montagsspielen sich dann in Bälde erledigt hat, trotzdem jetzt einfach weiterhin auch diesen Protest zu zeigen und zu sagen von wegen, nee, aber wir bestätigen euch weiterhin, dass das einfach die falsche, damals die falsche Entscheidung war und jetzt nicht irgendwie da einzustecken, sondern da halt auch einfach die, die Energie zu haben, das weiterhin durchzuziehen, das finde ich sehr gut. Ja. Gut. Habt ihr noch was oder bleiben wir bei diesen beiden guten Taten? Ja, gute Tat der Woche, also hier, ich hätte ganz gern, ich hätte ehrlich gesagt Bock auf den Eis, wenn mir nochmal jemand Eis vorbeibringen will. Zeit für die gute Tat der Woche, sage ich nicht, nein. Genau, da müssen wir nochmal fragen, hast du dein Bier in Hannover bekommen, wo wir die Hörer aufgefordert haben, dir Bier auszugeben? Hat das funktioniert? Ähm, nee, aber nur, weil ich zeitlich relativ eng war. Es gab einige Anfragen, ich freue mich sehr darüber, demnächst zu gegebener Zeit hätte ich da auf jeden Fall Bock zu. Also ihr seid wunderbar, das kann ich auch nochmal hier an dieser Stelle sagen. Ich finde es richtig, richtig sympathisch, so viele Leute, die uns immer mal wieder schreiben, die immer mal wieder uns live grüßen und so weiter und so fort. Also Leute, das macht echt Spaß mit euch, sei es in hier in der Ukraine jetzt gewesen und wenn wir mal auswärts, ich bin auswärts der Hannover-Bände oder sowas. Also es ist eine richtig coole Sache, ihr seid coole Socken. Vielen Dank für den Support. Kann ich echt nur, ja, kann ich, freue ich mich einfach nur drüber und trotzdem gerade, dass mein Kopf relativ voll ist, wollte ich dir nur sagen, ja? Oh oh, oh oh. Ich sehe gerade bei Twitter, Oliver Hess folgt dir jetzt, dann denke ich auch. Wir auch. Oh oh. Grüße. Polizeisprecher, soziale Medien bei der Polizei, FFL. So, meine Frau, ich bin nochmal weg, ich fahre jetzt schon mal spontan in den Urlaub, bevor ich in meine Tür gleich aufgehe. Das ist gut. Nein, aber vielen Dank, Leute, das ist echt euer Support. Das sagen wir nicht immer und wir vergessen es auch manchmal, aber das ist uns echt ganz schön viel wert, dass wir hier so eine Community haben, dass ihr uns auch schreibt und verzeiht mir, wenn ich manchmal eskaliere jetzt hier in Sachen Hoffenheim und so weiter und so fort. Das nervt mich einfach, weil ich echt unattraktive Fußballspiele mir zum Teil, wie ihr ja auch, bei den Bezahlanbietern angucken muss, weil da wird einfach mehr gehen. Keine Ahnung, dann komme ich in merkwürdige Situationen und vermisse plötzlich so Vereine wie, ja, selbst Darmstadt oder sowas. Keine Ahnung, ich hätte mehr Bock auf Darmstadt als auch auf Hoffenheim und über keine Startert brauchen wir gar nicht sprechen. Aber dafür verzeiht ihr mir auch solche Rages und ansonsten kann ich nur sagen, vielen Dank, dass es euch gibt und Grüße. Ja, finde ich auch. Muss man auch an der Stelle nochmal sagen, viele Leute, die uns immer ansprechen auch, das sind auch echt alles coole Leute. Mit dem einen oder anderen hat man schon Bier getrunken, mit manchen trifft man sie sogar öfter. Viel Überschneidung, Fußball 2023, Eintracht-Podcast. Also es ist echt eine geile Community und finde gut, dass der Marvin das gesagt hat. Ich schließe mich dem vollumfänglich an. Ja, ebenfalls und ich möchte an dieser Stelle auch nochmal Danke sagen, stellvertretend für unseren Hörer und es ist mir jetzt gerade ein bisschen peinlich, dass ich den Namen vergessen habe, war es nicht Julian? Genau, Julian, der letzte Woche gefragt hatte nach den ganzen Fußball-Taktik-Büchern. Ihr habt in den Kommentaren eindeutig abgeliefert und Bücher benannt und er hat sich jetzt erstmal alle bestellt und von daher super gemacht. Super. Ja, super geil und ich meine ganz ehrlich Leute, überlegt euch mal, ich jetzt, das ist jetzt hier so ein bisschen, äh, Wrestling würde man sagen jetzt Kayfay-Bruch oder irgend sowas oder wir durchbrechen jetzt mit dieser Aussage mal so ein bisschen die vierte Wand, aber überlegt euch mal, was hier jetzt irgendwie alles gerade Sache ist. Der Basti ist jetzt seit, keine Ahnung, Basti, wie lange bist du jetzt dabei? Vier Jahre oder so? Ne? Wahrscheinlich. Drei, vier Jahre ungefähr. Ja, drei, vier Jahre, ne? Ich meine, er hat hier bei uns angefangen und macht jetzt auch schon lange 93, auch mega erfolgreich, das wisst ihr ja alle. Ich glaube, es gibt ja hier große Überschneidungsmassen, die Leute, die dann auch einen Podcast hören, einen Eintrag-Podcast hören, auch 93. Ey, und der ist jetzt irgendwie, machen jetzt eine kleine Tour, sind in Köln, sind in Frankfurt und in Frankfurt haben sie jetzt sogar insgesamt drei Shows. Eine gibt es noch im Dezember irgendwie geplant. Ich glaube, dafür gibt es sogar auch noch Karten und das soll jetzt kein Schieb-Plug sein. Ich bekomme hier kein Geld dafür. Ich finde es aber einfach krass, was daraus entstehen kann. Ich denke, darüber können wir einfach alle mal sprechen. Wie geil es ist, dass so lauter Eskalateure wie bei 390 dann irgendwie auf dieser Bühne stehen und uns unterhalten und wenn es im Sommer dann soweit ist und wir mal wieder ein Sommerfest haben, da sind auch viele Leute von euch dabei, haben einfach eine gute Zeit. Ey, das ist was und das ist etwas, da bin ich stolz drauf, dass wir das irgendwie in der letzten Zeit oder letzten Jahren irgendwie alle aufgebaut haben und dass jeder sein Schäffelchen dazu beiträgt und ihr dann vorbeikommt und wir trinken Applewhite zusammen. Das ist einfach eine feine, feine Angelegenheit. Und das sind Dinge, die kann man auch nicht mit Geld bezahlen. Und das wollte ich jetzt einfach nochmal erwähnen, weil in diesem Alltagsgeschäft, in dem jeder so sein Ding macht und wir hetzen von einem Ding zum nächsten und freuen uns, wenn wir irgendwie ein paar Stunden Podcasts auf die Ohren bekommen, da kommt vieles zu kurz, aber ich glaube, die Menschlichkeit trotz meines Gerentes gegen Hoffenheim sollte nicht zu kurz kommen. Ja, finde ich auch, finde ich auch, wie gesagt, überfährt uns teilweise, glaube ich, auch so ein bisschen, also teilweise kann man es gar nicht fassen, was so abgeht, auch mit Fußball 2000, die Klickzahlen und wie viel Feedback wir dafür kriegen und Marvin hat es ja gesagt, ganz ehrlich, für mich ist das unfassbar, dass es in der Batschkab, ich gehe immer selber in die Batschkab, kauf mir Karten für Vega, Bosca, was weiß ich, wer da als Auftritt. Ey, Frau in die Jahresrückblick und auf einmal wird es wahrscheinlich so sein, dass ich da oben sitze und irgendwelchen Leuten irgendwas erzähle, die das lustig finden. Kann ich selber noch nicht so begreifen. Kann ich selber noch nicht so begreifen, es wäre doch bis Dezember Zeit, das zu begreifen, aber wird geil. Ich finde es auch gut, was der Marvin angesprochen hat, diese Community, weil es, wie gesagt, auch viel Überschneidung gibt. Sind ganz coole Leute, zeigt auch, dass nicht alles verloren ist, weil man ja teilweise das Gefühl hat, die Menschheit verblödet immer mehr an gewissen Stellen, aber ist wahrscheinlich nicht so, sondern da der Eindruck ein bisschen getäuscht. Geile Leute auf jeden Fall. Vielen Dank Marvin, dass du das alles so angesprochen hast. Guter Punkt, weil man den wirklich in diesem ganzen Alltagskram und was so passiert auch ein bisschen vergisst. Ja, und ich jetzt mal ganz ehrlich, jetzt lege ich nochmal gerade was auf den Tisch, was ich jetzt hier gerade von einem anderen Chat mitbekommen habe. Unser guter Freund Jesper, einer meiner engsten Freunde, die kennt ihr ja auch vom Ringfuchs Podcast und so weiter und so fort. Und der ist jetzt hier gerade ein Podcast-Festival in Hamburg, ne? Dieses Jada Jada Zeug. Und jetzt ist elf Freunde waren live auf der Bühne und der hat mir gerade geschrieben Himmel und ist jetzt nicht böse gemeint. Wir haben ja auch echt viele Freunde, die elf Freunde geil finden. Ich finde elf Freunde auch. Die Magazine lese ich immer gerne durch. Wir haben so viele tolle Texte. Aber jetzt ist hier so elf Freunde Podcast, Live-Aufnahme. Himmel war das mies. 26 Euro für 90 Minuten inklusive 20 Minuten Pause. Köster und ein Praktik und dazu Paczynski, der kein Wort rausbekommen hat. Also liebe Leute, es gab ja in der letzten Zeit viel Aufregung, aber ich kann euch sagen, ihr sollt nicht enttäuscht sein, wenn ihr zu 93 geht. Ich glaube, es wird kein Deutsch schlechter, sondern wesentlich besser. Viele Grüße an dieser Stelle und das ist das, was ich noch sagen wollte. 50 Mark! Ja, ja, naja, es ist halt, ne? Man wird viel darüber aufgeregt und so weiter und so fort und ich kann das bis zu einem gewissen Punkt noch nachvollziehen. Es ist auch in einer gewissen Art und Weise auch eine Belastung, ja, weil wenn du halt irgendwas kostenlos machst, ist der Druck weniger. Nimmst du Geld, ist der Druck höher. Musst aber trotzdem alles bezahlen. Im Endeffekt landest du doch nicht mit so viel Schotter, wie du dir irgendwie gedacht hast, sondern was weiß ich, keine Ahnung, springen wahrscheinlich pro Ticket einen Euro für jeden. Alles gut geht für euch rum, ja, aber das Ding ist, es geht ja nicht ums Geld, es geht darum, dass du was professionell auf die Bühne gebracht hast, dass du ein Soundsystem hast, was funktioniert, wo du nicht wieder, wurde nicht bei jeder Demo oder so, wo dann alle Lautsprecher ausgefallen sind oder wo dann die Lichtqualität scheiße ist und so weiter und so fort. Es soll ein vernünftiges Ding sein und ich sage mal eins, das wird alles Tudi und ich freue mich einfach drauf und dann sehe ich genügend von euch komischen Toten dann auch wieder. Yes. Ich freue mich auch schon mega auf die Nummer da im Juni in Frankfurt, das wird sehr, sehr großartig. Ja. So, sollen wir jetzt noch die Empfehlung machen, bevor Marvin hier total eskaliert? Tut mir leid übrigens nochmal, aber ich denke, es wird manchmal Zeit, Dinge zu sagen. Genau, dann sagen wir jetzt gleich Dinge zu Empfehlungen und wenn ich die richtige Taste treffe, ist da der Jingle für. Und jetzt kommen die Empfehlungen von und mit René, Basti, Marvin und Dennis. Wunderbar. Ich tücke mich immer ganz mild, diese Musik. Was ist da los? Also ich würde mich am liebsten jetzt mit so einer Wolldecke eindecken, in diese Melodie eintauchen und nebenbei ein Magnum-Eis essen. Wie gesagt, der Magnum-Eis in Weiß ist noch immer da. Oh, diese Musik, die macht mich wahnsinnig. Jalzin ist schuld. Ich höre den in den halben Tag jetzt schon irgendwie bei meinen Versuchen zwischendrin 390 zu hören. Ich bin lachenderweise mehrmals zusammengebrochen. Es ist fürchterlich. Es ist echt fürchterlich. Jalzin, ich hasse dich ein bisschen dafür, aber nur ein kleines bisschen. Gut, wir haben eine Empfehlung geschickt bekommen von Marcel. Der hat uns zwei Links zu einem und demselben Video geschickt, einmal bei Instagram und einmal bei Twitter. Und zwar ist es, der Empfang der Fans von Sanit St. Petersburg für die eigene Mannschaft vor diesem Euroleague-Spiel gegen Galatasaray, wo die diesen Spalier stehen mit den Pyros, wo der Bus dann durchfährt. Sieht extrem geil aus. Also, kann man auch sich mal solche Sachen angucken. Genau. Oh, das ist so geil. Sorry, ich habe heute echt eine englange Leitung. Du warst gerade gedanklich noch beim Eis, ne? Ja, Eis, was weiß ich, noch andere Dinge. Ich habe schockierende Bilder teilweise letztens von der Hannover Gang um Klaus Meiner und so weiter gesehen, die problematisieren mich. Aber was ich eigentlich sagen wollte, richtig geil. Also, es ist schon eine krasse Pyro, die dir abgefeuert wird. Ja, sieht mega aus. Boah, sieht schon krass aus. Ja, man kann ja zu Pyro stehen, wie man will, aber es sieht einfach imposant aus. Das wollte ich einfach nur sagen. Ist schon wow. Also, die nehmen den Wettbewerb ernst, will ich meinen. Ja. Genau, dann habe ich noch aufgeschrieben, den Beitrag, den ich vorhin schon erwähnt hatte, von extra 3, den könnt ihr euch nochmal anschauen. Und wir hatten ja dann die aktuelle Folge von Fußball 2000 zur Aufarbeitung mit Heike Bovga. Die kann man, glaube ich, auch empfehlen. Und ich würde mal behaupten, Basti wirft gleich die aktuelle Folge 93 ja auch noch rein, ne? Ich habe eigentlich gehört, dass du das machst, wenn du schon so hypnotisiert bist von der Musik. Ja, dann mache ich das halt. Die aktuelle Folge 93 heißt auch tatsächlich Mama, Mama, wie eben dieses Lied. Ja, wer sich so ein bisschen ablenken will, es wird auch wieder aus unserem Lieblingsbuch vorgelesen. Ich war sichtlich erst heute. Einige interessante Entwicklungen finden dort natürlich statt und der Vorwurf steht einige Tage im Raum. Ja, genau. Wenn wir schon an dieser Stelle sind, lieber Dennis, wenn du das nachhörst, das Codewort für dich ist Lichtlanze. Gut, habt ihr noch weitere Empfehlungen, bevor wir jetzt hier total in komische Dinge abdriften? Ja, ich kann natürlich den Ringfuchs empfehlen. Muss ich natürlich jetzt auch tun. Mache ich aber vollkommen zu Recht, weil wir eine interessante Ausgabe haben. Also neben der Ausgabe, die ich jetzt gerade schneide, da geht es um 16 Karat von 16 Karat Gold von der WXW, was richtig grandios wird. Da habt ihr richtig Bock zu. Guckt euch die Promo-Videos mal an, die ich bei Twitter so teile. Aber ansonsten haben wir gerade eine aktuelle Folge draußen und zwar geht es um die ECW, die ECW, die frühere Kultenliga im Catch-Business. Und man kann so ein bisschen, glaube ich, erahnen, warum die so erfolgreich war und wie der Einfluss von ihr war. Und das leuchten wir alles ein wenig auf bei Ringfox. Sehr schön. Auch dazu haue ich den Link hier wieder in die Shownotes. Habt ihr sonst noch weitere, ich wollte schon Verfehlungen sagen, da haben wir wahrscheinlich genug Empfehlungen, ist das richtige Wort. Ja, also ihr könnt gerne alle ins Hotel Mozart nach Mailand kommen, falls da noch Plätze sind. Oh ja, alter Leute, ich habe richtig Bock. Jetzt bin ich zwar noch krank, aber bis dahin bin ich wieder fit und dann eskalieren wir richtig. Da wird auf jeden Fall ein, zwei Bierchen getrunken. Ja, Hotel Mozart's offizielle Eintracht Podcast Hotel. Auf jeden Fall. Super. Sehr schön. Ich hoffe, das Frühstück ist gut, damit mein Kopf ein bisschen Heilung bekommt am anderen Tag. Stellen uns dann alle zusammen in die Lobby und was machen wir alle zusammen in der Lobby? Hm, René? Den Basti zugucken, wie er ums Feuer tanzt. Ja, alles zusammen machen wir. Vielleicht kann das auch ein neuer Ferngesang für die Eintracht werden. Wenn es mal nicht so gut läuft, dann kann man probieren. Uh, dabei, dabei. Uh, dabei, dabei. Geil, macht mir voll Bock. Findest du total geil. Ich muss jetzt auch immer zu Hause, wenn ich auf dem Klo bin. Uh, dabei, dabei. Den Hinweis mit dem Ort, den hätte er noch weglassen können, aber ansonsten war es alles gut. Nein, man muss sich in einem Lebenslang motivieren, mein Lieber. Ja, das kennst du vielleicht nicht, weil du ein Motiv, ja, ein geboren motivierter bist, aber ich bin manchmal ein ziemlicher Schläfer, da brauche ich Motivierung. Ja, ich habe dann auch ein Motivationslied. Ja. Bester Song Europas. Bester, bester Song Europas. Ever. Gut. Ist geil, ja. Kenners, dann würde ich sagen, machen wir jetzt hier den Laden dicht für diese Woche. Wir bedanken uns bei allen, die zugehört haben. Wir wünschen euch eine wunderschöne Restwoche. Genießt die Zeit ohne Euroleague-Spiel dazwischen und tankt Energie für nächste Woche. Wir wünschen euch ein schönes Fußball-Wochenende. Wir müssen mal gucken, wie wir das nächste Woche sendungstechnisch hinbekommen. Da einfach mal die Social Media im Auge behalten. Ich gelobe auch Besserung und dieses Mal, das Ding wieder in den Kalender einzutragen. Nichts, dass die ganzen Leute hier nachfragen müssen, ob gestreamt wird bei der Aufnahme oder auch nicht. Ich versuche mich da zu bessern. Wir sagen danke für all euren Support. Ich freue mich jetzt schon auf das ganze Feedback. Nach der Folge sage tschüss und bye-bye. Bis nächste Woche. Macht's gut. Tschüss. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.